Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich ganz besonders, Sie zu diesem Abend hier begrüßen zu dürfen, zu unserem Diskussionsabend. Welches Wirtschaftsmodell brauchen wir? Dieser Titel ist der Obertitel für das, was ganz oben steht, nämlich die Kritik der grünen Ökonomie. Ein Buch, das Thomas Fathäuer, Lili Fuhr und ich geschrieben haben, und zwar schon auf Deutsch veröffentlicht, letzten November. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind bei uns und wir freuen uns auch, dass noch viel mehr Menschen, und die möchte ich hier auch besonders begrüßen, per Livestream und zwar auch im internationalen Kontext uns zuhören. Hello everybody listening to us, welcome from Berlin. Livestream ist eine Möglichkeit, die Zuhörerinnenzahl noch einmal zu vergrößern und ich denke, das ist ein guter Weg, weil heute ist der Tag, an dem wir nicht nur noch einmal über die deutsche Veröffentlichung, Kritik der grünen Ökonomie reden, sondern wir freuen uns, dass wir anlässlich der englischen Übersetzung der Kritik der grünen Ökonomie, auf Englisch heißt das Buch Inside the Green Economy, froh sind, dass wir auch einen internationalen Gast heute bei uns haben, nämlich Tim Jackson, der Autor von Wohlstand ohne Wachstum, ein Bestseller. Das Buch ist auch mit von der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben worden. Warm welcome, Tim. Thank you once again for contributing. Vielen Dank für die Beiträge zu unserem Buch, zum Vorwort zumindest. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass Gerhard Schick, Mitglied des Deutschen Bundestages für Bündnis 90 die Grünen und Autor des Buches, oh Gott, Wirtschaftsmacht, nein danke, Macht, Wirtschaft, nein danke, heute auch mit uns diskutiert und ich denke von den Titeln der Bücher wird sehr schnell klar, dass die Autorinnen und Autoren des Buches sehr viel gemeinsam haben, nämlich gemeinsam haben wir, dass wir suchen danach, wie muss eigentlich Wirtschaft, Gesellschaftspolitik aussehen, die es schafft, in den planetarischen Grenzen zu bleiben, auf der einen Seite, die es aber gleichzeitig auch schafft, das alte, die alte Vision der Moderne, nämlich Demokratie, Menschenrechte und Freiheit in Einklang zu bringen. Das wird keine Kunst sein, wie wir mit Freiheit, Menschenrechten und Demokratie und demokratischer Teilhabe gleichzeitig in den planetarischen Grenzen bleiben wollen. Das haben wir in unserem Buch auch adressiert. Wir haben sehr kritisch die Mainstream-Konzepte der grünen Ökonomie auseinandergenommen, wie sie von Weltbank, UNEP, OECD, McKinsey, aber auch mittlerweile als grüne Ökonomie, als Chiffre auch für PR, würde ich jetzt sagen, von großen Konzernen wie Volkswagen benutzt werden. Mit der Kritik der grünen Ökonomie wollen wir eben eine Debatte auslösen darüber, welches Wirtschaftsmodell wir brauchen, weil das, was wir mittlerweile theoretisch und praktisch von denjenigen hören, die sich diese grüne Ökonomie als Begriff gekrapscht haben, sage ich jetzt mal, von diesen Konzepten sind wir nicht überzeugt. Es ist nicht die grüne Ökonomie, die wir wollen. Meine zwei Co-Autoren und Autorinnen, Lili Fuhr und Thomas Vatheuer, freuen sich auf den heutigen Abend ganz besonders, weil es ist das buchstäblich erste Mal, dass wir gemeinsam bei einer Buchvorstellung oder einer Debatte um die Thesen des Buches auftreten. Der Vorteil von drei Autorinnen ist natürlich, dass jeder und jede von uns in ganz unterschiedlichen Kontexten mit dem Buch bereits unterwegs waren. In Deutschland, in Österreich, in der Schweiz wird das Buch Kritik der grünen Ökonomie ganz positiv und gut rezipiert. Wir haben viele, viele gute Rückmeldungen. Jetzt freuen wir uns, dass heute Abend mit Inside the Green Economy dann auch sozusagen die Weltöffentlichkeit von unseren Analysen etwas erfahren darf. Ich möchte hier jetzt gar nicht mehr weiter reden, sondern Sie nochmal herzlich willkommen heißen, Ihnen ganz kurz sagen, wer hier an dieser wunderbaren Tafel malt. Das ist Anne Lehmann. Sie wird im sogenannten Graphic Recording versuchen, grafisch die Debatte heute Abend einzufangen. Das Ergebnis am Ende, nach zwei Stunden Diskussion können Sie dann nachher am Ende der Diskussion im Foyer betrachten und beobachten und mal schauen, ob Sie auch grafisch dargestellt Elemente unserer Diskussion wiederfinden. Herzlichen Dank, Anne Lehmann, dass Sie bei uns sind und das machen und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Dann möchte ich natürlich ganz, ganz herzlich Petra Pinzler begrüßen. Petra Pinzler ist Redakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Sie arbeitet in dieser Funktion im Berliner Büro. Sie ist selbst Autorin von einem sehr wichtigen, von mehreren wichtigen Büchern, die sich auch mit Wachstumskritik und Lebensstilen auseinandersetzt. Aber sie hat vor allem auch ein wichtiges Buch zu TTIP geschrieben und ist eine der wenigen Menschen in Deutschland in den Journalisten, Mainstream-Medien, die überhaupt kritisch zu TTIP schreibt. Herzlich willkommen Petra und ganz herzlichen Dank dafür, dass du den Abend heute moderierst für uns. Ja, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Das wird hier heute ein Versuch, nämlich eine etwas ungewöhnliche Buchvorstellung. Ich bin die Einzige, die hier oben sitzen bleiben darf. Die anderen Teilnehmer hier oben müssen ein bisschen wechseln. Wir haben etwa zwei Stunden und wir haben uns das folgendermaßen gedacht. Wir werden diese Buchvorstellung tatsächlich in drei Blöcke aufteilen. Der erste Blöck wird sich ein bisschen mit den ökonomischen Grundlagen beschäftigen. Was will denn diese grüne Ökonomie? Wie kann eine andere ökonomische Theorie möglicherweise aussehen? Wo sind da die Probleme? Wo knirscht es da? Wir wollen dann im zweiten Block mit drei anderen Teilnehmern etwas runterbrechen das Ganze und uns ein bisschen konkreter mit manchen Fragen beschäftigen, nämlich mit dem Rebound-Effekt und diesem technologischen Optimismus. Wo ist der richtig und wo ist der falsch und warum ist es auch so schwer, dagegen anzudiskutieren, um dann im dritten Teil über die politische Dimension des Ganzen zu diskutieren? Wir haben uns auch folgendes gedacht. Während dieser drei Blöcke, wenn Sie dringende Fragen haben, schreiben Sie die auf Karten. Die werden dann eingesammelt. Ich versuche die dann in die Diskussion mit einzubringen, damit wir so ein bisschen den roten Faden behalten. Was aber nicht bedeutet, dass Sie nicht auch zu Wort kommen. Das passiert dann ganz am Ende. Dann können Sie uns sagen, ob das großer Unsinn ist, was wir hier oben verzapft haben oder wie man das Ganze möglicherweise weiter diskutieren kann. So, das war meine Vorrede. Jetzt bitte ich gleich die ersten drei Diskutanten mit dir hoch, den Tim Jackson, Gerhard Schick und Thomas Fatheuer. Und während die sich langsam nähern, ganz kurz, Tim Jackson ist gerade schon vorgestellt worden, Bestseller-Autor, ist glaube ich hier in der Stiftung kein Unbekannter, hat Wohlstand ohne Wachstum geschrieben, hat das Ganze auch nochmal überarbeitet, wird uns ein bisschen reinleiten in die Diskussion und wird dann mit Gerhard Schick, Buchautor und Thomas Fatheuer, Autor dieses Buches, um das es hier geht, kurz darüber diskutieren. Tim, die grüne Wirtschaft, was ist das und warum ist das ein Problem. Bitte das Mikrofon benutzen. So, ich spreche jetzt einfach und die Worte kommen dann entweder in der einen oder in der anderen Sprache. Wärter, aber es ist viel besser in Englisch. Für mich ist es einfach leichter, das auf Englisch vorzutragen. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein und auch herzlichen Glückwunsch noch einmal an Barbara, Lilly und Thomas für dieses Buch. Die grüne Wirtschaft ist doch etwas Seltsames. Sie ist so etwas wie eine Verheißung und hat das Leben sozusagen als Verheißung begonnen über eine andere Wirtschaft, eine andere Gesellschaft. Und ganz schnell wurde daraus ein Objekt der Kontroverse. Und es kam dazu, dass es zumindest bei vielen Leuten den Eindruck gab, dass die Mainstream-Wirtschaft oder die Mainstream-Gedanken die radikaleren Gedanken kolonisiert hätten. Und sie wurde dann so betrachtet, als wäre sie ein Mittel zum Zweck, was auch interessanterweise bei den G77-Nationen so war, den am wenigsten entwickelten Nationen bei der Rio Plus 20-Konferenz, wurde das eben als Mittel gesehen, Business as usual zu machen, ohne zu viele Veränderungen in Gang zu setzen und vielleicht allenfalls nur Technologien zur Veränderung zu entwickeln. Und für mich ist das beschämend und schade. Es ist auch schade, dass das Konzept so enden musste. Und wenn man den Vereinten Nationen einmal zugutehalten möchte, was sie versuchten, war, dass sie eben davon ausgegangen sind, dass die grüne Wirtschaft eine Verheißung ist und dass es tatsächlich möglich sei, Dinge anders zu gestalten und soziale Inklusion zu erreichen und ökologisch fundierte Unternehmen zu gründen und auch diese Veränderung mit zu gestalten. Und sie haben sich da ein bisschen geirrt in diesem Konzept, aber auch mit den besten Absichten. Sie wollten das Konzept der grünen Ökonomie auch in einer Sprache herüberbringen, sodass auch die Finanzer mit an den Tisch kommen sollten und auch die Führungskräfte der Welt. Und wenn man den Bericht towards the green economy der Vereinten Nationen liest, dann stellt man fest, dass der Titel, die Überschrift zur Vorstellung dieses Berichts lautete, grünes Wachstum, besseres Wachstum, dass eben das grüne Wachstum noch schneller ablaufen könnte als das übliche Wachstum. Und sie haben also einen Appell ausgesandt, dass man Dinge in der Ökonomie tun könnte, die darauf hindeuten, dass die derzeitige Wirtschaft sogar noch besser funktionieren könnte, besser als in der Vergangenheit. Und das war ein unglücklicher Fehler in gewisser Hinsicht, denn dadurch wurde die grüne Ökonomie gleich als schlecht dargestellt in der Diskussion zwischen konventionellen und radikalen, alternativeren Denkweisen. Aber wenn man da in die Details geht und wenn man diesen Bericht genauer studiert, dann stellt man fest, dass es doch sehr viel ausgefeiltere Denkanstöße darin gab, nämlich fast wie die Werbeagentur, die eben da die beste Möglichkeit der Übermittlung der grünen Ökonomie versuchen wollte, aber sie haben das nicht richtig geschafft. Die Frage für uns ist, ob das immer noch eine Verheißung ist, die grüne Ökonomie oder ob es ein überflüssiges Konzept ist. Thomas. Beschäftigt haben mit der grünen Ökonomie ist ja, dass sie tatsächlich grundsätzliche Probleme mit diesem Konzept haben und sagen, es trägt nicht sehr weit. Können Sie uns das etwas konkreter machen? Ich glaube, es gibt konzeptionelle Baustellen in der grünen Ökonomie, die in die falsche Richtung laufen, die ein falsches Konstrukt errichten. Das ist eben noch mal so anderes, als dass es als Versprechen bleibt. Ich glaube, da ist noch ein anderer Punkt. Also grüne Ökonomie greift was ganz Wichtiges und Richtiges auf. Nämlich, dass die klassische Ökonomie versagt hat in dem Verhältnis zwischen Ökonomie und Natur. Dass die klassische Ökonomie es nicht geschafft hat und ökonomische Wirtschaften auch nicht geschafft hat, Natur adäquat einzubeziehen, sondern sozusagen auf Naturzerstörung aufbaut. Und die Antwort, die ja auch nicht so neu ist, aber die in der grünen Ökonomie wieder aufgegriffen wird, ist die, ja, Natur wird als externer Effekt dargestellt, ist was Externes, externalisiert werden Umwelteffekte. Wir müssen die internalisieren. Also der Natur einen Preis geben und dann hat sich das Problem. Genau. Das heißt, internalisieren heißt, Natur über Preismechanismen oder andere ökonomische vielleicht auch, in Wirtschaft reinzuholen. Und da denken wir, dass ein grundsätzlicher Fehler ist, weil davon ausgegangen wird, dass Natur in Wirtschaft integrierbar ist und nicht umgekehrt, dass sozusagen Wirtschaft sich in Natur integrieren muss. Die Frage ist, was ist das eigentlich das entscheidende System dabei? Und die grüne Ökonomie hält in dieser Version, wie sie auch Barbara dargestellt hat, man kann die auch anders verstehen, aber wir beziehen uns auf das herrschende Mainstream-Konzept, hält in dieser Idee fest, über Preise, über Internalisierung kriegen wir alles hin, was unser gesellschaftliches Naturverhältnis angeht. Und ich glaube, das ist ein Kernpunkt unserer Kritik, dass wenn wir genauer hingucken, uns das genauer angucken, dann funktioniert das eigentlich nicht und führt uns nicht auf den richtigen Weg. Zwei Sätze, warum geht das nicht? Es gibt ja sogar, glaube ich, Wirtschafts-Nobelpreisträger, die gesagt haben, wenn man dem Nilpferd einen Preis gibt, dann wird das Nilpferd geschützt. Erstmal ist bestimmte Sachen, es versagt erstmal an den Punkten, wo wir Sachen nicht machen wollen. Also ich würde zum Beispiel, ich habe lange in Brasilien gelebt, ich würde nicht die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes über einen Preis internalisieren wollen. Wir sagen, das muss gestoppt werden. Also alles da, das kann man auf andere Beispielen, Massentierhaltung und so, das ist ein, wo wir sagen wollen, das wollen wir gar nicht und wir müssen das im gesellschaftlichen Konsens hinkriegen, das nicht zu wollen, da führen Preismechanismen überhaupt nicht weiter. Das zweite ist, mit einem Beispiel, ich möchte mich nennen, das ist kurz, aber das ist, glaube ich, prägnant. Das Bundesumweltamt hat eine Erhebung gemacht über alle Studien in Europa, auf europäischer Ebene, über die Kosten, die ökologischen Kosten des Autoverkehrs, weil das so ziemlich gut messbar ist und so. Und Ökonomen können ja alles berechnen, das ist ja ein Vor- oder auch ein Problem bei Ökonomen und es kommt immerhin eine Zahl raus. Also bei diesen ökologischen Kosten des Autoverkehrs ist die CO2, die Umweltpastung durch CO2, die Emissionen drin, die Lärmbelastung drin und die erhöhte Mortalität, die Todesopfer durch Autoverkehr. Was kommt da raus? Was ist die Zahl? 2,9 Cent pro Kilometer. Das sind die ökologischen Kosten des Autoverkehrs. Die internalisierung ist doch problemlos. Ist es das, was wir wollen? 2,9 Cent mehr auf den Preis? Das ist ein Preis auf CO2. Was ändert der? Und ich glaube, wenn man sich das mal genauer anguckt, dann sieht man, dass sich nicht viel ändert oder dass eben durch solche Art und Mechanismen, da können wir hinterher nochmal andere Beispiele für geben, eher vielleicht Business as usual wieder ermöglicht wird mit einer kleinen Modifikation. Gerhard Schick, Sie gehören zu den wenigen Grünen, glaube ich, die bei den Banken so richtig ernst genommen werden. Stimmt das, dass die, also hat diese grüne Ökonomie tatsächlich dazu geführt oder könnte man positiv sagen, sie hat dazu geführt, dass Banken anfangen und Ökonomen anfangen, anders über Natur nachzudenken? Oder würden Sie sagen, das hat auch da nicht wirklich geklappt? Denn was uns vorhin ja gesagt wurde durch Tim ist, naja, man hat versucht, das so in eine Sprache zu packen, die auch Leute, die mit Geld umgehen, verstehen können. Also ich glaube, dass da schon ein paar Leute was verstanden haben, aber vielleicht aus anderen Gründen. Aber zunächst mal auch vielen Dank für das Buch und für die Einladung heute Abend. Das gehört zu den Büchern, wo man so ein bisschen Nackenprobleme kriegt, weil man so oft nicken muss vor lauter Zustimmung. Aber ich will trotzdem eine Sache kurz vorweg schicken, weil das heute über den Abend wichtig ist. Ich habe echt ein Problem mit der Begrifflichkeit. Weil für mich ist das so ein bisschen, da hat jemand versucht, unsere Begrifflichkeit zu schnappen und das macht jetzt die Frage diffus, über was wir eigentlich streiten. Ich würde immer sagen, was wir kritisieren, ist das Konzept eines grünen Kapitalismus. Und im grünen Kapitalismus ist völlig klar, dass es nicht funktionieren kann für mich. Denn wenn die Kernsteuerungsgröße, die Kern, auf die alles wirtschaften ausgerichtet, die Akkumulation von Finanzkapital ist, dann ist die eigentliche Steuerung nicht die Bedürfnisse der Menschen, dann ist die Berücksichtigung nicht das, was die Gesellschaft braucht und was ihre langfristigen Lebensgrundlagen hat. Ich kann mir aber eine grüne Marktwirtschaft durchaus vorstellen, in der die Akteure, die da handeln, genossenschaftliche Unternehmen sind, kommunale Unternehmen, Personengesellschaften, wo noch die Bedürfnisse der Menschen und diese Bedürfnisse internalisieren, ja ohne, dass wir große Mechanismen uns haben müssen, dass wir auch frische Luft brauchen. Viel, also da kann ich mir vorstellen, dass man das hinkriegen kann. Und deswegen ist mir für die Begrifflichkeit heute Abend wichtig, was kritisieren wir da eigentlich? Und ich glaube, wenn ich richtig verstanden habe, dann ist es ja der Punkt, manche Leute versuchen uns jetzt einen grünen Kapitalismus zu verkaufen und die völlig gescheiterte kapitalistische These, dass es, wenn wir nur möglichst viel Kapital haben, uns immer besser geht, die ja durch Finanzkrisen ständig auch wieder widerlegt worden ist, nochmal zu retten. So, und da sind wir uns völlig einig. Green Capitalism kann nicht funktionieren, war ich schon immer dagegen und ich finde, die Grünen müssen sich antikapitalistisch aufstellen. Alles andere gibt keinen Sinn. Aber nicht antimarktwirtschaftlich. Mal gucken, können wir noch ausprobieren. So, und jetzt zu den Banken. So, da gibt es natürlich manche, die sozusagen, sobald wir etwas mit einem Preis versehen, es handelbar machen, ganz begeistert sind und da ist so ein CO2-Markt, da kann man ganz viele Ideen bekommen, wenn man Zertifikate handelt, da kann man Derivate drauf machen, da kann man betrügen, da kann man super gut betrügen. Und den Markt kann man auch so schlecht machen, dass er gleich zusammenbricht, wie viele andere Finanzmärkte auch. Aber es gibt auch Leute, und das sollten wir nicht übersehen, die verstanden haben, dass der Kohleausstieg ökonomisch Sinn macht. Für sie selber als Investoren, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Und es gibt auch in der Wirtschaft natürlich Menschen, die über den Tag hinausdenken und wissen, wenn die Vereinbarungen von Paris nicht funktionieren, dann kracht unser ganzes Geschäftsmodell zusammen. Weil natürlich, sobald wir den Klimawandel wirklich in einer stärkeren Fassung haben, das, was uns bevorsteht, natürlich bestimmte Sachen gar nicht mehr absicherbar sind, Landwirtschaft nicht mehr funktioniert etc. Und ich glaube, da sind schon Leute, mit denen wir zusammen unterwegs sein können. Okay. Was Gerhard Schick ja gerade versucht hat, ist sozusagen, den einen Begriff abzuwatschen und einen anderen einzuführen, die grüne Marktwirtschaft. Jetzt ist grüne Marktwirtschaft oder Marktwirtschaft an sich ein sehr deutscher Begriff, der, glaube ich, im Angelsächsischen nicht wirklich ankommt. Aber ist das das, wo auch Sie sagen würden, das ist die Alternative zum grünen Kapitalismus, das ist das, wo man dann hin muss? Ich glaube, da sind wir in einer ganz schwierigen Lage und wir müssen uns da auch nichts vormachen. Das System, das vor uns liegt, versucht die Sprache zu kolonialisieren und die grüne Ökonomie beginnt da nicht, den Kapitalismus vorzuschlagen, sondern endet so. Denn sie haben ja die Sprache kolonisiert und auch die Konzepte und haben sie in etwas übersetzt, wie zum Beispiel grüne Besteuerung, was natürlich in die bestehenden Gedankensysteme gut internalisiert werden könnten. Und diese Sprache ist auch eine, die die Kapitäne und die Chefs der Industrie und der Finanzwelt verstehen können. Und das ist gleichermaßen frustrierend und auch unumgänglich, nämlich diese Sprache, die sich auch weiterentwickelt, wo wir auch die Terminologie weiterzuentwickeln versuchen. Und die Herausforderung besteht nun darin, wenn man das System umwandeln möchte, dass man sich dieser Herausforderung immer bewusst sein muss. Und wenn man einen Terminus einführt wie grün vor einem anderen, dann sieht das erst einmal aus wie die richtige Richtung, aber dann stellen sich wieder welche hin und sagen, ich bin ein grüner Kapitalist oder ein grüner Marktwirtschaftler oder was auch immer. Und wenn man sich dieser Veränderung der Sprache bewusst ist, dann ist das schon ein wichtiger Teil des Wandels, der Transformation. Ich bin nicht immer mit der Degrowth-Bewegung überein, aber was wichtig ist und relevant ist, ist, dass diese Bewegung das Kernkonzept des Wachstums genommen hat und ein Minuszeichen davor gesetzt hat, indem sie gesagt haben, ja, das ist quasi der Sprachwandel und da muss man rauskommen, Leute, wenn man das schafft. Also wir sind natürlich hier auf den Livestreams und ich möchte dann nicht zu sehr schimpfen, aber in diesem Kontext bedeutet das, dass man quasi irgendwo den Finger hoch hält und dass es ein System gibt, das andere versuchen zu zerstören und wir versuchen es dem hingegen zu wandeln. Und wenn man diese Sprache von Degrowth einfängt, dann heißt das ja, macht weiter. Aber was da interessant ist, ist, dass die Verfechter der grünen Ökonomie doch ein größeres Publikum haben als die Degrowth-Bewegung. Aber die Sprache wird dennoch kolonialisiert, absorbiert und auch in etwas umgewandelt, welches das Gegenteil gar nicht mehr zum Ausdruck bringt. Was ist die Antwort auf diese Anti-Wachstums-Bewegung? Das wäre, das zu dämonisieren und zu sagen, die Sprache ist etwas, was nicht funktioniert und das zieht mich nicht an, ich spreche mich nicht an und bringt mich nicht in die Debatte, schafft eher eine Kluft zwischen den Menschen. Und irgendwo zwischen diesen zwei Polen gibt es doch eine Strategie, nämlich eingedenk der Tatsache zu sein, dass die Sprache selbst zum Wandel beiträgt. Aber wo liegen Sie denn zwischen dieser Degrowth, also Anti-Wachstums-Bewegung und der grünen Ökonomie? Ja, Green Growth und Degrowth, also ich bin da in einer sehr ungemütlichen Lage, also ich bin im Niemandsland aufgestanden und wurde von beider Seiten attackiert, also das ist meine Erfahrung damit, ganz ehrlich. Und was ich da mache, oder ich versuche es zumindest, ist ein Sprachspiel zu spielen. Und das Sprachspiel, das ich versuche zu spielen, besteht darin, Worte zu benutzen und umzuwandeln, wie zum Beispiel den Wohlstand. Also das ist wie ins Feindesland zu gehen und deren Sprache für sich zu benutzen und zu sagen, ja, Wohlstand ist nicht nur endloses Wachstum, sondern etwas anderes. Und Wohlstand ist nicht nur Expansion der Wirtschaft, sondern auch Weiterentwicklung als Menschen. Und das ist ganz interessanterweise auch eine Botschaft, die doch weitergehen kann und den Instinkten der Leute oder dem Gefühl der Leute vielleicht eher entspricht über das, was die Gesellschaft ausmachen sollte. Einer der Gründe dieses Buches ist ja, die Menschen genau in diese Richtung zu drücken. Konnten Sie ihnen etwas mehr bieten als Kritik? Würden Sie sagen, dass es schon etwas gibt wie das Konzept der Ökonomie, auf das man sich beziehen kann? Ja, natürlich, ganz klar. Für mich geht es um eine ganze Serie von spezifischen Aufgaben und wir alle sind an diesen beteiligt. Wir sind daran beteiligt, die Idee zunächst einmal zu schaffen, dass der Wohlstand ein sehr breit definiertes Konzept ist. Also es geht nicht nur darum, Dinge anzusammeln, es geht nicht nur um das derzeitige System, es ist eine endlose Expansion des wirtschaftlichen Outputs. Das ist sozusagen erst einmal die einfache Grundlage, denn sogar Politiker werden das letztendlich verstehen und einige haben es bereits verstanden und gesagt, nun, das BEP misst nicht wirklich unsere Lebensqualität zum Beispiel. Robert Kennedy hat das 1968 schon gesagt. Das ist keine neue Idee. Und wenn man diese Idee dann aufgreift, ja, das ist unsere Aufgabe. Zunächst einmal muss man die Kolonialisierung der Sprache vermeiden. Man muss es vermeiden, dass man zurückgezogen wird in den Mainstream, aber man muss dann sehr konstruktiv dahingehend vorgehen, wie diese Wirtschaft aussehen soll. Wie sehen die Unternehmen aus? Welche Rolle spielen die Menschen in der Arbeitswelt in einer solchen Ökonomie? Wie funktionieren die Investitionen? Funktionieren sie irgendwie? Wie funktioniert das Geldsystem in einer derartigen Ökonomie? Man muss also die Bausteine wieder aufgreifen, die so selbstverständlich für uns geworden sind und diese transformieren. In das Territorium gehen, das Wort herausnehmen, es neu umformieren und dann die Bausteine neu formen. Nicht in der Kritik zu erschöpfen, sondern zu schauen, was kann man dem entgegenstellen. Würden Sie zustimmen, dem was Tim sagt? Es gibt genug über die Kritik an der grünen Ökonomie hinaus, was man anbieten kann bereits als Konzept? Ja, also ich glaube, es gibt eine ganze Menge, was da anzubieten ist. Es gibt aber nicht vielleicht den ganz großen Entwurf einer anderen und neuen Gesellschaft und das finde ich auch nicht so weiter so tragisch. Ich glaube, die Alternativen, die es gibt, sind in vielen Bereichen und werden von Leuten, von Menschen, sozialen Bewegungen, aber auch Individuen geschaffen. Wir haben Alternativen zum Beispiel im Bereich von Landwirtschaft. Es fehlen überhaupt keine Alternativen in dort. Es fehlt viel, und das ist in anderen Bereichen auch so, es fehlt ganz oft die Macht Alternativen umzusetzen. Die politischen Einflussmöglichkeiten, die Lobby, die dafür notwendig ist. Also wenn wir uns diese Bereiche angucken, Stadtentwicklung, Verkehr, überall gibt es alternative Konzepte und ich glaube, die gilt es zu stärken und zu pushen, aber man darf sich auch keine Illusionen hingeben. Wenn wir im Bereich Verkehr gucken, das ist ein bisschen so ein grüner Faden in diesem Buch, dass immer wieder das Beispiel Auto aufgreifen, weil einer der kleinen Überraschung, als ich auch Recherche betrieben habe, das Buch war zwei Sachen. Erstmal, wie stark in den letzten Jahren der Anteil der Autoproduktion am Bruttosozialbrutto Deutschlands gestiegen ist. Wir haben eine Tabelle drin, man kann da sehen, wir haben ja immer diese Diskussion über Deindustrialisierung, die Deindustrialisierung wandert aus. Wir haben teilweise Prozesse von Verlagern von Industrie, aber gerade die Autoindustrie ist dadurch viel mächtiger in Deutschland geworden und wir haben eben dadurch eine sehr hohe Lobbymacht der Autoindustrie und wir haben eine Macht, das ist die zweite Zahl, die überraschend ist, Volkswagen ist weltweit der Konzern, der meisten in Innovation investiert. Nicht Google, nicht irgendein Technologiekonzern, sondern Volkswagen und bringt dann diese Dieselmotoren hervor, die wir alle gekannt haben und die geniale Software dabei. Der innovationsfreudigste Konzern der Welt und ich glaube, dass diese Macht sich anzugucken und dann der entgegenzutreten, das ist das entscheidende Aufgabe, nicht das fehlen alternative Konzepte in dem Bereich. Ich glaube, über die Frage, was man politisch macht, diskutieren wir, werden wir noch ausgiebig diskutieren, nachher. Schick, aber deswegen noch mal einen Schritt zurück. Wenn wir noch mal bleiben bei dem Punkt, den Thomas Vatheuer am Anfang angesprochen hat, der großen Kritik, der Inwertsetzung von Natur, das alles in Preis kriegt, würden Sie sagen, das macht trotzdem in manchen Bereichen Sinn und damit macht diese Kritik der grünen Ökonomie Sinn oder sollte man einfach anerkennen, dass so etwas wie ein CO2-Preis dann doch vielleicht in bestimmten Bereichen sinnvoll ist oder muss man zurück zum deutschen Ordnungsrecht, weil sich nur so die deutsche grüne Marktwirtschaft, die sie im Kopf haben, durchsetzen lässt und am Ende solche Inwertsetzung von Natur in die falsche Richtung führt? Ich würde da sagen, so ein Pauschal-Ding, das soll man nie machen, das überzeugt mich nicht, also mir leuchtet eine CO2-Besteuerung wirklich ein, weil es hier um etwas geht, was wir nicht komplett abschaffen werden, CO2 wird es geben, wo aber insgesamt zu viel emittiert wird, da kann natürlich die Bepreisung dazu führen, das weniger verbraucht wird. Ich sage gleich nochmal was zu einer Nebenbedingung. Es gibt aber andere Fragen, da will ich keinen Preis setzen, sondern bestimmte giftige Chemikalien, die dürfen einfach gar nicht in die Umwelt entlassen werden und da brauche ich Ordnungsrecht. Und dann ist ja immer die Frage, was heißt das für die Eigentumsrechte? Also vieles, was wir unter Finanzialisierung diskutieren, heißt ja, dass bisher freie Ressourcen, die nicht einem Einzelnen gehörten, aber vielleicht einer Community gehörten, eine bestimmte Region des Regenwaldes, plötzlich mit Landrecht versehen wird, an jemand verkauft wird und damit den Leuten eigentlich weggenommen wird. So, das muss man sich angucken. Jetzt habe ich vorher gesagt, eine Sache muss man auch dazu sagen, die Bepreisung funktioniert natürlich nur dann, wenn wir auch die Verteilungsfrage im Blick haben, denn wenn die eine Hälfte der Gesellschaft so reich ist, dass der Preis sie nicht juckt, den wir für CO2 haben und sie trotzdem fliegen kann ohne Ende und der andere Teil der Gesellschaft so arm ist, dass er keine Vermeidungsstrategien im Sinn von investieren in bessere isolierte Fenster oder was weiß ich überhaupt machen kann, sondern praktisch von der Hand in den Mund lebt, dann ist natürlich CO2-Bepreisung kein sinnvolles Konzept, deswegen muss man die Frage von ökologischer Preissetzung immer mit der Verteilungsfrage zusammendenken, das ist mir sehr wichtig. Noch einen Punkt, wenn ich darf, zu der Frage, haben wir die Konzepte, also ich bin da ein bisschen nüchterner, also in den einzelnen Sektoren, da können wir sagen Agrarwende und so und so und ich glaube wir haben auch für den Umbau der Finanzmärkte, also für die Finanzwende gute Ideen, aber für die Frage, diese Kernfrage, wie schaffen wir es, den Übergang in diese Wirtschaft mit sehr niedrigen oder Nullwachstumsraten so zu organisieren, dass uns da auf dem Übergang nicht einiges um die Ohren fliegt. Für diese Frage kenne ich bisher nichts Anständiges, auf was ich politisch aufbauen könnte und würde mich ja freuen, wenn man aus der Forschung da mal was hätte. was man sozusagen politisch verarbeiten kann, denn die Forderung nach Degrowth, die ist schnell formuliert, aber ich muss mir jetzt ja mal überlegen, wenn bisher ein Zurückgehen von Wachstumsraten fast immer einen Anstieg von Arbeitslosigkeit mit sich gebracht hat, einen Anstieg von Verschuldung, wenn viele Kommunen ihre Investitionsprojekte, die sie schuldenfinanziert haben, auf Wachstumsraten begründet haben, die illusorisch sind, dann heißt eben, wenn das Wachstum ausbleibt, dass es da massive Verwerfungen gibt und wir müssen auch noch mal den Zusammenhang zwischen Niedrigzins und Niedrigwachstum verstehen, also ich habe da schon den Eindruck, wenn da mal ein Wissenschaftler noch ein bisschen so uns für den Übergang was sagen würde, ich würde es echt gern lesen. Thomas Vatter, bevor ich Sie jetzt hier vertreibe und die Lili Fuhr sich da hinsetzen darf, noch eine kurze Replik? Das gebe ich Das ist ein Mikrofon. Nein, ich glaube, das kann ich unterstreichen, das würde ich auch gar nicht anders sehen. Es ist ja auch eine Transformationsperspektive haben wir da in den Mittelpunkt gestellt und keine sozusagen fertige Ziel, wo wir hin wollen. Ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu leisten auf dem Weg. Das ist klar, aber ich glaube, dass in vielen Bereichen, das ist das, was uns in dem Buch umgedrängt, mich auch, dass in vielen Bereichen Alternativen da sind, konkrete Vorschläge da sind und wir nicht den nächsten Schritt machen, weil wir die politische Macht nicht dazu haben. Das finde ich ist, und das wird an der Ökonomie klar, wir diskutieren über Transformationsperspektive, aber wir kriegen nicht mal die SUVs von der Straße und wir kriegen nicht mal eine normale Mehrwertsteuer für Fleisch hin. Wir diskutieren alle möglichen Fragen und wir kriegen den ersten und nächsten Schritt nicht hin. Ich glaube, da ist ganz viel zu machen, bevor wir an Probleme mit einer Riesentransformation und Degrowth kommen. Die sollten wir auch mal anvisieren, diese nächsten Schritte hinzukriegen politisch. Dann würde ich Sie bitten, das Mikrofon an die Lili Fuhr weiterzugeben. Bitte einen heftigen Applaus. Da ist gerade ein Stichwort gefallen, über das wir jetzt reden wollen, nämlich die Machbarkeit. Die Machbarkeit ist, glaube ich, eine der Chiffren, die die grüne Ökonomie sehr gerne benutzt, nämlich der Glaube daran, dass man doch die meisten Probleme technologisch lösen kann. Warum stimmt das nicht? Ja, wir haben festgestellt, als wir uns diese verschiedenen grünen Ökonomie Konzepte angeschaut haben, aber auch die Umsetzung der Praxis, dass eine Sache, die die alle gemeinsam haben, die denen alle inne wohnt, ist diese unglaubliche Sicherheit, dass wir für alles eine technologische Lösung finden würden, sei es auch irgendwann in der Zukunft. Ich glaube, wir kennen viele Beispiele in der Vergangenheit, wo Technologien auch nicht das getan haben, was sie versprochen aber auch schlimme Nebenfolgen hatten. Ich glaube, da fallen uns schnell Beispiele ein. Atomenergie kann man da vielleicht auch nochmal nennen. Aber es ist unglaublich, was das für eine Macht hat im Diskurs. Ein Beispiel, das mich persönlich im Moment in meiner klimapolitischen Arbeit am meisten umtreibt dazu, ist eine Debatte um sogenannte negative Emissionen. Da ist bekannt ja vielleicht inzwischen, dass unser globales CO2-Budget eigentlich ausgeschöpft ist. Also wenn wir es ernst meinen, mit dem in Paris im letzten Dezember proklamierten Ziel, die globale Erwärmung auf maximal 1,5 Grad über industriellem, vorindustriellem Niveau zu begrenzen, dann müssten wir quasi morgen aufhören, Kohle zu verbrennen und fossile Emissionen zu emittieren. Das wissen Klimawissenschaftler auch eigentlich schon sehr lange und der Weltklimarat IPCC, der macht ja immer so Szenarien, in denen sie berechnen, wie wir solche politischen Ziele erreichen können und jetzt ist es so, dass in Vorbereitung auf den Klimagipfel in Paris zunehmend klar geworden ist, dass in diesen ganzen Szenarien, die uns auf 2 Grad oder vor allem auf 1,5 Grad bringen, überall ein Konzept drinsteckt, das sich negative Emissionen nennt. Die Wissenschaftler standen nämlich vor dem Problem, dass die sozusagen politisch die Vorgabe hatten, kreiert uns Szenarien, aber stellt bloß nicht unser globales Wachstumsmodell infrage. Und was haben die Klimawissenschaftler gemacht? Die haben gesagt, oh, dann müssen wir eben die Emissionen übers Ziel hinausschießen lassen und dann werden wir schon in Zukunft mit in der Mitte des Jahrhunderts spätestens magische Technologien haben, die CO2 aus der Atmosphäre saugen. Diese Vorstellung steckt in all diesen Szenarien des IPCC drin. Und auf dieser Basis haben wir die politischen Ziele in Paris formuliert beim Klimagipfel. Das heißt, das sind ganz konkret solche Ideen wie das CO2 im Meer zu versenken oder das CO2 sozusagen über die Bäume wieder in die Moore zurück zu bringen. Es gibt ja solche Ideen durchaus. Genau, die Technologie, die da am meisten diskutiert wird, ist Biomasse CCS. Die Idee ist, dass wir großflächig Biomasse anpflanzen, also Bäume, Gräser, was auch immer, am besten noch gentechnisch verändert. Die Fläche, die wir bräuchten, um etwa zwei Grad zu erreichen klimapolitisch, entspricht ungefähr der doppelten Größe Indiens. Manche sagen auch die doppelte Agrarfläche, die wir weltweit aktuell haben. Die Vorstellung ist, dass wir da Biomasse zusätzlich anpflanzen, diese Biomasse verbrennen, Energie daraus herstellen, das CO2 einfangen und dauerhaft für immer sicher in der Erde speichern und das auf alle Ewigkeit weiter tun werden. Das ist die klimapolitische Mainstream Antwort auf 1,5 Grad als politische Herausforderung aktuell. Tim, was halten Sie von die Idee der Technofixes? Ich stimme Lilly absolut zu und auch mit dem Buch in Bezug auf die Technofixes und ich wollte noch einmal zurückkommen auf die Frage der Machbarkeit, insbesondere Machbarkeit in Bezug auf ein Nullwachstum oder geringes Wachstum, denn der Kontext hat sich verändert in den letzten zehn Jahren. Viele Menschen denken, dass das mit der Finanzkrise zu tun hat und dass wir immer noch mit der Instabilität der Finanzkrise leben und dass dieses geringe Wachstumsumfeld da ist aufgrund der Finanzkrise. Aber wenn, wie Gerhard das vorgeschlagen hat, wenn man jetzt die wissenschaftliche Perspektive mehr annimmt und wenn man die kapitalistischen Ökonomien sich anschaut in den letzten 100 Jahren, sagen wir mal, dann sieht man ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Technologien funktionieren, indem wir die Arbeitsproduktiv massiv angehoben haben zwischen 1900 und der Mitte des 20. Jahrhunderts oder des 19. Jahrhunderts, aber seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist diese Arbeitsproduktiv runtergegangen, massiv. In meinem Land zum Beispiel ist die Arbeitsproduktivität und das entsprechende Wachstum sogar negativ gewesen in den letzten Jahren. In den meisten Volksökonomien ist das bei weniger als 0,5 Prozent und das ist eine Situation, in dem das Wachstumsmodell nicht mehr funktioniert und das ist nicht mehr ansprechend, das ist ein Umfeld, in dem wir die Machbarkeitsfrage stellen müssen. Wir müssen die Frage stellen, wie sieht die Wirtschaft aus, wenn man kein Wachstum mehr hat oder dieses Wachstum nicht mehr hat. Man muss das Thema Beschäftigung, finanzielle Stabilität, Geldsysteme und so weiter stellen, wenn man sich eine Ökonomie anschaut, bei der man sich nicht mehr auf das Versprechen eines Wachstums Anstiegs verlassen kann. Nun, das ist natürlich interessant, unter anderem, weil es dieses Argument der Technologien in zweierlei Hinsicht interessant beleuchtet. Zunächst einmal geht es um die Macht der Technologie. Technologien können uns retten und sie können die Wachstumsraten garantieren. Aber die grüne Ökonomie, was sie mit der Technologien tun möchte, hat etwas anderes vor. Sie möchte die Wachstumsraten nicht sichern, sie möchte unseren Planeten schützen. Also werden automatisch unterschiedliche Technologien definiert und diese anders definiert. Was macht sie noch? Sie hat einen Feedback Mechanismus selbst eingerichtet. Das stimmt, was Lilly gesagt hat. Das sind imaginäre Technologien, diese negativen Emissionstechnologien und wir haben kommuniziert, dass sie da sind, wenn wir sie brauchen. Aber wenn wir dieses 1,5 Prozent Verzeihung Grad Ziel einhalten möchten, dann brauchen wir jetzt diese Technologien, dann brauchen wir sie morgen. Aber wir haben nichts entsprechendes für für unsere Stromsysteme, für unsere Industriesysteme, für die Herstellung der Produkte, die wir brauchen, für die Märkte, damit wir sie am Laufen halten, die Vermögenswerte, die wir brauchen, für die Finanzsysteme und so weiter. All das ist ein fundamentales wirtschaftliches Problem, aber auch ein ökologisches Problem und auch ein soziales Problem. Und das liegt dem Ganzen zugrunde. Es manifestiert sich in der Kritik, die sie auch in ihrem Buch äußern, denn die Ökonomie selbst nimmt die Probleme nicht ernst genug. Es ist ansprechend für imaginäre Technologien, die uns eines Tages retten werden. Aber was wir machen, ist genau das, was Gerhard uns aufgefordert hat, zu tun. Wir müssen die Machbarkeit einer Ökonomie nach dem Wachstum schaffen. Wir brauchen nicht sagen, dass wir Degrowth Aktivisten sind, wir brauchen keine entsprechenden Etiketten, wir müssen nicht mehr dieses Wachstumsmodell verfolgen, denn dieses Argument ist nicht mehr da. Das Argument jetzt ist, wie schaffen wir ein ökonomisches System, das in radikal anderen Umfeldern funktioniert. Klima, soziale Ungerechtigkeit, finanzielle Stabilität und Volkswirtschaften, die resistent sind gegen das Wachstum, das wir dachten, was wir immer haben würden. Bei der Frage der Hoffnung an die Technologie bleiben, ich glaube in dem Kreis hier und den größten Kreisen ist es ja fast quasi so eine Art Grundvoraussetzung, dass man sagt, man wird das mit Technologie alles nicht in den Griff kriegen. Aber wenn Sie in anderen Runden diskutieren, sieht das ja ganz anders aus. Oder würden Sie sagen, das ist mittlerweile im Mainstream der Gesellschaft angekommen. Wenn man sich die Programme ja sogar bis hin zu den Grünen anguckt, dann ist doch der Glaube immer noch sehr fest daran, dass man über Wachstum und über Technologie das meiste in Griff kriegt. Oder liege ich da so ganz falsch? Ja, also ich würde sagen, bis in die Kreise der Heinrich-Böll-Stiftung hinein gibt es Anhänger von einer rein technologischen Lösung des Problems und ich glaube, dass man sich damit schon auseinandersetzen muss. Und es gibt ja zwei Fallen. Die eine ist, zu meinen, mit Technologie können wir es lösen. Das ist politisch sehr attraktiv, da kann ich ein Unternehmen besuchen, wo heute, und das ist ja super spannend, das Wasser von Reinigungsprozessen von irgendwelchen Produkten so oft recycelt wird, dass es praktisch so aussieht, als es schon Kreislauf. Die brauchen das ganz selten selber in sich putzen. Und die Abgase bei BASF, die früher abgefackelt wurden, da neben meinem Mannheimer Wohnort, wo man dann die grünen und blauen und roten Fackeln hatte, das wird heute für die Energieerzeugung in dem Werk genutzt. Das ist alles spannend, können Sie angucken, können Sie fassen, dann können Sie Politiker irgendwie sagen, super Beispiel, super attraktiv, gesellschaftlich. Und die andere Falle ist, Technologie kritisch gegenüber zu stehen und zu sagen, es geht alles nur über die Verzichtsvariante, weil ich glaube, dass es nicht funktionieren wird. Denn wir haben so viel in unseren jetzigen gesellschaftlichen Strukturen, in den Produkten, die wir täglich nutzen, dass wenn wir einfach nur weniger davon nutzen, wir noch überhaupt nicht da sind, wo wir hin müssen. Weil viele von den Strukturen, die wir aufgebaut haben, uns ja zu einem Lebensstil auch bringen, der CO2 intensiv ist. Und deswegen glaube ich, ist es entscheidend, die Frage zu stellen, wie kriegen wir eigentlich eine technologische Entwicklung, die wirklich den Bedürfnissen unserer Gesellschaft dient, endlich Lösungen für diese CO2-Frage, für diese Artenvielfalt-Frage, für die Nitrate- und Grundwasserversorgungs- Frage zu brauchen. Und da müssen wir glaube ich eine stärkere Rolle, des Staates wieder einnehmen und der Gesellschaft bei Impulsen auch den Mut, mal bestimmte Lösungen zu verbreiten, um auch technologische Sprünge machen zu können. Da würden Ihnen die meisten sagen, das ist wieder so ein staatsgläubiger Linksgrüner? Nein, nein, das ist eine Arbeitsteilung. Also sie kriegen einfach aus den Einzelaktivitäten von Unternehmen keine große gesellschaftliche Veränderung hin, sondern inkrementell und ich glaube, dass die Investitionsschwäche, die wir derzeit haben, damit zu tun hat, dass es in diesen Gebäuden hier in Berlin zu wenig Mut gibt, auch wirkliche innovative Zukunftsentscheidungen für diese Gesellschaft zu treffen und nicht die Sachen einfach laufen zu lassen, weil wenn ich keine Idee habe, wo die Reise hingeht, ist für mich das Risiko als privater Investor, als dem, passieren wird und bestimmte Infrastrukturen, jetzt fällt mir der Name gerade der britischen Ökonomin nicht ein, der das hervorragend den Unternehmerstaat argumentiert hat, mit M, ja genau, C, noch mal lauter, Marina Masukatto, genau, die für die Lehmerpartei wichtige Impulse gegeben hat und ich glaube, ihre Beispiele, ich lese gerade das Buch, super spannend, zu zeigen, dass praktisch alle innovativen Leistungen von Google, Apple finanziert worden sind in staatlichen Forschungseinrichtungen, von staatlichen Innovationshilfsmaßnahmen und dass natürlich die großen Infrastrukturen, die uns heute zur Verfügung stehen, mal durch staatliche Entscheidungen gemacht worden sind. Wir könnten heute nicht relativ CO2 sparsam von A nach B fahren, wenn nicht irgendwann mal ein Eisenbahnnetz gebaut worden ist und sowas machen sie nicht als Private mal kurz, das geht nicht. Lassen Sie mich mal die Lili Vorder mit reinnehmen, wie sehr muss eine Kritik der grünen Ökonomie und eine Technologiekritik dann tatsächlich auch als Gegenmodell sowas im Kopf haben. Ich war letzte Woche das vielleicht nur als eine konkrete Diskussionsgrundlage bei einer Veranstaltung, da sagte jemand, die Technologie, die uns Uber möglich macht, könnte doch auch möglich machen, dass in ländlichen Gebieten die Leute sich zusammenschließen und gemeinsam mit dem Auto fahren. Das heißt, da würde dann Autoverkehr vermieden, statt dass Jobs unterstützt werden, die nicht sozialversicherungspflichtig sind. Also man kann Technologien so oder so nützen, für Gemeinschaften oder für genau das Gegenteil. Genau, also was ganz wichtig ist, wir reden irgendwie, also wir sagen nicht, dass wir keine Innovationen brauchen und dass wir gar keine Technologien brauchen. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Wir brauchen definitiv, um diese multiplen Krisen zu überwinden, um eine sozial-ökologische Transformation zu ermöglichen, brauchen wir neues Wissen. Wir müssen altes Wissen wiederentdecken. Wir brauchen vielfältiges Wissen und unterschiedliche Wissenssysteme. Das Problem ist, dass wir eben eine sehr eng geführte, reduktionistische Debatte um rein technologische Innovationen haben und in vielen der Bereichen, also in denen ich zumindest unterwegs bin, das sind internationale umweltpolitische Debatten, es um Großtechnologien geht, die diese Ökosysteme im planetarischen Maßstab beeinflussen werden, die wir noch gar nicht vorhersagen können, sozusagen was für Einflüsse die haben werden. Also wir brauchen auf jeden Fall vielfältige Innovationen und wenn wir Probleme beschreiben, müssen wir überlegen, welche politischen Lösungen finden wir und welchen Teil muss auch Technologie leisten. Und diese Technologien haben wir größtenteils schon, würde ich mal sagen, einige neue brauchen wir vielleicht und da ist es auf jeden Fall so, dass wir durch gemeinschaftlich erarbeitetes Wissen, auch im Sinne der Gemeingüter und Commons, glauben wir zumindest, definitiv innovativer unterwegs sein können, als durch monopolistisch, durch große Unternehmen finanzierte Forschungsinstitute. Können Sie das nochmal ein Beispiel konkret machen? Also es gibt schon zahlreiche, vor allem digitale Communities, die sich an verschiedenen Orten in der Welt vernetzt haben, um gemeinsam Innovationen zu erarbeiten. Das können bestimmte Software-Applikationen sein, das können aber auch neue Verkehrsmöglichkeiten sein, das können neue Systeme für Komposttoiletten oder was auch immer sein. Der Ansatz ist, das bedürfnisorientiert zu machen, zu analysieren, was ist denn das Problem? Für wen machen wir denn diese Innovationen? Mit welchem Ziel? Und dieses Wissen dann aber auch offen zur Verfügung zu stellen, nicht zu patentieren, nicht zu verschließen, nicht zu privatisieren, sondern sozusagen zugänglich zu machen, damit andere darauf aufbauen und das weiterentwickeln können. Tim, sind Sie auch der Meinung, dass der Staat da eine andere Rolle spielen muss in dieser Ökonomie, wo die Innovationen nicht nur bei Privatunternehmen nützlich sein sollen, sondern für die Gesellschaft? Ja, da stimme ich ganz überein. Also das Konzept der angemessenen Technologien war schon seit mindestens vier Jahrzehnten da und diese Angemessenheit dreht sich ja darum, welche Bedürfnisse die Technologie erfüllen soll und welche Auswirkungen sie auf die Umwelt hat und wie sehr sie sich auch weiterentwickeln und verbreiten kann und auch die Governance-Struktur dieser Technologie. Maria Mazzikats Arbeit ist natürlich sehr interessant, denn sie sagt ja, dass diese wunderbaren technologischen Fortschritte meistens nur der Privatwirtschaft zugutekommen, also einer Minderheit und sie wurden in ihrer Entwicklung aber von der öffentlichen Hand finanziert, von den Regierungen. Und wenn man diese Botschaft mal überdenkt, dann kann man die ja noch ausdehnen auf die Struktur dessen, was wir oft die kapitalistische Marktwirtschaft nennen, wo wir eigentlich die Gewinne privatisieren und die Kosten sozialisieren und genau so zeigt es uns auch das Beispiel von Apple. Aber das geht noch weiter darüber hinaus. Wir privatisieren die Gewinne der Gewinnung von mineralischen Rohstoffen und von Kohle, aber die Kosten werden sozialisiert, denn das liegt dann den Leuten auf der Tasche, das lastet sozusagen als Schuld auf den zukünftigen Generationen. Also dieser Prozess der Privatisierung der Gewinne und der Sozialisierung der Kosten ist eines, was sozusagen transformativ ist und das müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir die Gesellschaft und die Wirtschaft verändern wollen. Und was daraus resultiert als Schlussfolgerung wäre, dass die Regierung eine gewisse Rolle zu spielen hat. Vielleicht können wir da mit Barbara später noch einmal diskutieren. Es scheint mir doch sehr klar, dass diese einfache Rechnung, indem man sagt, hier ist eine staatliche Lösung und da ist die Marktlösung, das war eigentlich nie der Fall. Das ist eine Chimäre, eine Illusion, die wir gehegt haben. Und wir können natürlich da jetzt gemein darüber streiten, ob jetzt Kapitalismus oder Sozialismus richtig ist. Ich denke aber, wir müssen vielleicht hier die Governance herausgreifen aus dieser Sprache und sagen, dass die Regierung hier eine konstruktive Rolle spielen kann, der Staat eine konstruktive Rolle spielen kann. noch einmal gehen. Ich glaube, die Frage, welche Technologie, die nehmen wir häufig so selbstverständlich sozusagen und so wie in den alten Wachstumsmodellen, wo die Technologie irgendwie vom Himmel regnete. Das ist aber nicht so, sondern die Frage, wie wir das organisieren, dass wir die technologischen Angebote haben, die uns ermöglichen, umweltverträglich gut zu leben. Das müssen wir zusammen hinkriegen und da spielt der Staat eine Rolle. Da braucht es aber auch Zivilgesellschaften. Ganz viele der spannenden Innovationen der letzten Jahre kann man zurückverfolgen auf zivilgesellschaftliche Ansätze. Das ist ja nicht zurück zum Staat, das wäre ja zurück in die 70er. Genau, mir geht es ja nicht darum, der Staat macht dann mit Großunternehmen das alles selber, aber es gibt einfach ein paar Sachen, die man schon auch von den Infrastrukturen her staatlich bereitstellen muss, aber eine große Rolle natürlich einer innovativen Zivilgesellschaft und ganz vieler Non-Profit-Teile und natürlich auch private unternehmerische Investitionen. Ich würde da nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern eine Rollenteilung und es ist mir ganz wichtig, dass wir, wenn wir eine ökologische und sozial nachhaltige Wirtschaft denken, auf jeden Fall uns klar haben, welchen enormen innovativen Wandel das impliziert, der aber anders sein muss als der innovative Wandel, den wir in den letzten Jahren haben, weil der einfach vor allem nach Kapital-Akkumulationsinteressen, nach den Interessen sehr großer Unternehmen gesteuert wird, die ja bis in die Finanzierung von universitärer Forschung hinein ganz früh schon lenken und wir deswegen an so vielen Stellen sehen, dass wahnsinnig viel geforscht wird, bloß dummerweise die zentralen Fragen niemand beantwortet. Mein Job ist ja immer ein bisschen auch zu gucken, dass wir das hier möglichst konkret hinkriegen. Sagen Sie mir mal ein, zwei Bereiche, wo Sie, stellen Sie sich mal vor, Sie waren Wirtschaftsminister, an welcher Schraube würden Sie drehen? Außenminister kommt dann danach, Wirtschaftsminister. Forschung. Bei mir ist auch Forschung. Ich glaube, die ganze Frage, also diese Sharing-Economie ist ja gerade an so einem Punkt, wo sich entscheidet, kommen nur die kapitalorientierten Lösungen durch oder kriegen wir eigentlich Strukturen hin, wo das dezentral, non-for-profit sozusagen ist. Und ich glaube, das muss jetzt ein Schwerpunkt sein, digitale Innovation wirklich in den Dienst von unserer Gesellschaft insgesamt zu stellen. Das ist, glaube ich, ein Schwerpunkt. Wir können das sehen bei der Frage, wie können wir jetzt Fahrrad fahren und da ist die neue Technologie super, man kann jetzt Fahrräder irgendwie schnell mit dem Handy ausleihen, ist ganz toll. Aber die Frage ist natürlich, gibt es das nur in wenigen Großstädten? Kann ich das auch in der Fläche machen? Kriegen wir da Strukturen hin? Also nur als ein Beispiel, wo glaube ich schon auch teilweise Kommunen und so Infrastrukturen zur Verfügung stellen können. Willi? Ja, und dann würde ich mir wünschen in dieser Forschungsagenda, dass sich da aber dann die entsprechenden Forschungseinrichtungen auch mit anderen Vernetzten sich fragen, wie denn der Rohstoffbedarf und Energiebedarf für all diese digitalen Technologien aussehen wird und wie wir den decken würden. Das wäre dann Teil der Agenda. Weil das ist einfach wichtig. Wir wissen ja, der Rebound-Effekt macht häufig, dass die Sachen kaputt. Und damit das nicht stattfindet, muss es ja irgendwo noch etwas geben, was uns sagt, vielleicht nicht Technologiepfad A, sondern Technologiepfad B, das kann jetzt nicht eine Entscheidung eines Parlaments sein, sondern das ist eine gesellschaftliche Frage und die sicherstellt, dass in der Gesamtwirkung nach all den technologischen Veränderungen nicht trotzdem wieder ein Mehr an Ressourcennutzung und Emissionen und sowas rauskommt. Und das haben wir bisher in den letzten Jahren nicht hingekriegt, bei all den tollen ökologischen Fortschritten, die wir in einzelnen Fällen ja hatten. Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe? Ja, einen Punkt würde ich noch gerne einbringen und zwar, wir haben über die, eben wurde hier oben über die Kolonialisierung der Sprache gesprochen, in diesem Kontext. Und da möchte ich noch kurz sagen, es findet aber auch eine Kolonialisierung unseres Denkens statt, unserer mentalen Infrastrukturen, könnte man sagen. Das ist auch ein Motto der Degrowth-Bewegung, die darüber diskutiert, wie wir unsere mentalen Infrastrukturen, unser Denken dekolonialisieren müssen, um neue Lösungen zu finden. Ein Beispiel, wo man das, glaube ich, ganz gut merkt, ist auch der Autoverkehr. Also wir zumindest hier in Deutschland haben ganz starke mentale Infrastrukturen, die geprägt sind auf motorisierten Individualverkehr. Wenn wir aus diesen Strukturen nicht rauskommen und die Innovation den großen Autokonzernen überlasten, dann kommen wir auf nichts anderes als auf eine Elektromobilität und vielleicht noch Uber. Mehr wird uns da nicht einfallen. Damit lösen wir aber nicht sozusagen das zukünftige Mobilitätsproblem. Ich weiß, dass Sie mich jetzt gleich ganz böse angucken, aber ich habe meinem Sohn nicht erst öffentlichen Personennahverkehr beibringen können, sondern Auto. Genau. Bus hätte ich tun können. Ja, so weit war ich damals noch nicht. Aber auch ich lerne dazu. Danke. Jetzt würde ich gerne Barbara Unmüssig hier hoch bitten. Ich finde, Lilly Fuhr sollte auch den verdienten Applaus bekommen. Wir sind ja jetzt schon beim Forschungsminister angelangt. Das ist Gerhard Schick jetzt mal kurz schon fast gedanklich gewesen und sind damit aber dann auch beim dritten und letzten Teil dieser Debatte. Wie kriegt man das denn jetzt alles in die Politik? Wir haben über die Rekolonialisierung des Denkens gesprochen. Das ist aber ja nicht so einfach, wie wir in Deutschland feststellen. Allein, Tim, die Growth-Bewegung hat in Deutschland, es gibt sie aber unterhalb der Wahrnehmungsoberfläche dieser Stadt, würde ich sagen. Oder liege ich da falsch? Also der Stadt insgesamt würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind da schon in regen Austausch, aber sagen wir mal von dem politischen Mainstream. Also, was muss getan werden, Barbara Unmüssig? Also erstens formulieren wir ja in unserem Schlusskapitel des Buches nochmal ein starkes Plädoyer für die Repolitisierung der Ökologiepolitik und damit auch letztlich ein Anknüpfen daran, was aus meiner Erinnerung, und da war ich ja noch eine junge Frau in den 70er, 80er Jahren unter der Chiffre politische Ökologie gelaufen ist, weil ich glaube, dass der Ökologiebewegung und auch der Ökologie-Debatte abhandengekommen ist, sich mit intensiv, mit wachstumskritischen Fragen, vor allem aber auch mit Macht- und Herrschaftsfragen und Gerechtigkeitsfragen in Tiefe auseinanderzusetzen. Wir haben eigentlich erlebt, dass eine radikalere Ökologiepolitik, Ökologiebewegung der 70er, auch die, die theoretisch über Ökologie und über Zukunft nachgedacht haben, weniger in technischen Umweltschutzchiffen gedacht haben, sondern sehr wohl eben in gesellschaftliche Zusammenhänge, wo es eben genau darum ging, nochmal zu sagen, wer ist es denn, der verhindert, dass wir entweder schon existierende Reformalternativen, Thomas Fatheuer hat davon ja schon gesprochen, wer verhindert eigentlich, dass Reformalternativen in die überhaupt in die Machbarkeit kommen, obwohl es sie schon gibt, von daher für mich ein ganz starkes Plädoyer, sich eben mit der Politisierung, Repolitisierung der Ökologie-Debatte intensiv auseinanderzusetzen und damit Gerechtigkeitsfragen, Machtfragen, Verteilungsfragen wieder zurückzuholen in die Ökologie, weil das merke ich auch zum Beispiel im Austausch mit ganz vielen jungen Leuten, die denken, die Grünen sind eine Umweltschutzpartei, wo es wirklich nur darum geht, ein paar Änderungen am laufenden System, was so störend ist, vielleicht noch CO2-Emissionen zu reduzieren. Aber dieser Grundgedanke, das Mensch-Natur-Verhältnis neu zu reflektieren im Kontext von planetarischen Grenzen, von Ressourcenknappheit, das ist überhaupt nicht mehr präsent. Nun, wenn ich vielleicht nicht 100 Prozent richtig liege, aber wenn ich das übersetze, was ich gerade gehört habe, ist, dass man eigentlich nur auf der Linken richtig liegt. Stimmt das? Weil nur dort etwas Bedeutsames produziert wird auf der linken Seite. Nun, ich versuche nur die Frage zu richtig zu verstehen. Nun, ich denke, es ist eine Herausforderung für die Rechte, ganz ehrlich. Aber es gibt auch einige Aspekte in der Debatte, die eine Herausforderung für die Linke darstellen. Was wir hier diskutieren, sind Herausforderungen für die Linke und die Rechte. Diese Dinge müssen neu belebt werden und es ist richtig, was gesagt wurde. Es geht um die Governance-Diskussion. Diese Debatte muss repolitisiert werden. Ich meine nicht politisiert im Sinne von, nehmen wir jetzt mal die Konzepte der unterschiedlichen Parteien und ihrer Farben. Nein, das Wissen darum, dass es eine Politisierung gibt in Bezug auf die Debatten der Green Economy gibt. Und deshalb hat es zu tun mit fundamentalen Fragen der Ungerechtigkeit, der Armutsbekämpfung, des obszönen Wohlstands in einer Minderheit. Es muss zu tun haben mit der Frage der Vermögensrechte, der Eigentumsrechte. Sind wir in einem Unternehmen, das immer mehr Vermögensrechte ermöglicht, das immer mehr in Händen weniger akkumuliert oder sagen wir, alles gehört dem Staat und dann kümmern wir uns darum. Weder die linke noch die rechte Position wird erfolgreich sein. Das ist die Realität. Das heißt, in gewisser Hinsicht muss es eine Öffnung geben dieses politisierten Dialogs. Wir müssen sagen, welche Teile von rechts und links könnten hier vielleicht funktionieren, um ein Governance-Konzept zu entwerfen, das wirklich machbar und umsetzbar ist. Und ich glaube nicht, dass es einfach nur rechts oder links zu finden ist. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass es eher auf der linken zu finden ist als auf der rechten Seite. Aber innerhalb dieser Positionen gibt es Positionen, wo man die Eigentumsrechte neu definiert. Man spricht über Gemeinwerte, man spricht über gemeinsame Ressourcen. Und es gab eine Frau, die das erste Mal einen Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen hat. Und sie hat genau dieses Konzept auf den Tisch gelegt. Und Ellen Rustroms Arbeit ist faszinierend, denn sie wird anerkannt, sie wird idealisiert von den Grünen fast, weil sie über die Gemeingüter ganz klar spricht, wie man mit ihnen umgeht. Sie sagt, man kann sie nicht managen durch die Märkte, die Gemeingüter. Sie sagt aber auch ganz richtigerweise, man kann sie auch nicht managen über Top-Down staatliche Lösungen. Man muss diese Diaspora finden, einen Platz, wo man Migranten von links und rechts hat, wo man Migranten mit intellektuellen Ideen hat, wo man ein neues Konzept der Eigentümerschaft entwickelt. Dieses kann funktionieren, in anderen Orten kann es weniger funktionieren, denn es geht um Gemeingüter, die schützenswert sind. Und dann gibt es vielleicht private Eigentümerschaft an anderen Orten, wo Märkte auf lokaler Ebene entsprechend funktionieren, um das zu kontrollieren. Aber hier geht es nicht um Rot-Blau-Gelb-Schwarz-Weiß Politik. Das heißt, wir sind alle aufgerufen, das Argument der Art von Governance, die funktionieren kann, neu zu beleben, um unsere Zukunft und die Zukunft des Planeten zu schützen. Wenn man Grün jenseits von rechts und links denken will, dieser Begriff des Gemeineigentums, des Gemeinwohls, das dann auch andere und gemischtere Formen von Ökonomie zulässt, ist das der Weg? Ich glaube, da ist es immer gewesen, der eben nicht sagt, wir setzen auf die großen privaten Machtkonzentrationen und wir setzen auch nicht auf die staatliche Machtkonzentration. Eigentlich ist der grüne Ansatz einer gewesen, das sieht man aus den Ursprüngen der grünen Bewegung in Deutschland sehr gut, die sowohl gegen die Atomkonzerne wie gegen den Atomstaat war. Und wenn man aber diese Eigenständigkeit im politischen Raum haben will, braucht man natürlich auch wirklich starke Analyse und Klarheit in dem, was man tut und muss auch diese beiden Pole sinnvoll bearbeiten. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn man gegenüber den privaten Machtkonzentrationen auch wirklich den Mut hat, Klartext zu reden und sagen, was da gerade in unserer Gesellschaft passiert. Mit Marktwirtschaft hat das nichts mehr zu tun, aber auch gar nichts, was wir teilweise erleben. Es ist eine Megafusion nach der anderen und immer größere Marktanteile von wenigen Unternehmen und die Einflussnahme dieser Unternehmen auf den Staat, auf die Wissenschaft, auf die Rechtsprechung, auf unsere Meinungsbildung und auf die Medien, das alles ist einer freien Gesellschaft nicht zuträglich. Und dann muss man aber auch sagen, dass dieser Staat nicht mehr an vielen Stellen in gutem Dienst für seine Bürgerinnen und Bürger ist. Und ich finde, wir haben das leider zu wenig gesagt und dieses Argument dummerweise auch manchen anderen überlassen, dieser Staat muss wieder in den Dienst von Bürgerinnen und Bürgern gestellt werden und deswegen haben wir da, glaube ich, wenn wir es den Mut haben, das klar durchzubuchstabieren, als liberal-ökologische soziale Kraft wirklich eine Eigenständigkeit, aber die kann man dann nicht aufschreiben im Parteitag, sondern die muss sich erweisen in der tatsächlichen Profilierung. Ja, wunderbar und danke, Gerhard, dass du die Vermachtung von Wirtschaft und Politik und auch die Verzahnung von Wirtschaft und Politik als einer der wenigen auch im politischen Kontext, im parteipolitischen Kontext so klar ansprichst. Ich meine, wir erleben gerade eine der größten Fusionen in der deutschen Industriegeschichte, Bayer kauft Monsanto, wird damit der größte Agrarchemiekonzern der Welt. Ich glaube nicht, dass wir das noch verhindern können, da haben wir auch die vielen guten Proteste, die es überall gab, einfach keine Verhandlungsmacht, gar nichts zu sagen. Die Kartellämter, da ist auch das Kartellrecht viel zu schwach global, ermöglicht das. In Deutschland kontrollieren mittlerweile nur noch fünf Supermarktkonzerne oder Supermarktketten unsere Nahrungsmittel. 90 Prozent unserer Nahrungsmittel von fünfen. Vor zehn Jahren waren es immerhin noch 70 Prozent von immerhin neun Supermärkten. Wir schauen sehenden Auges zu, wie diese Fusions- und Vermachtungs- und Monopolisierungs- und Oligopolisierungstendenzen vor uns ablaufen und ich finde, wir fühlen uns machtlos. Wir haben aus meiner Sicht noch nicht wirklich ein Rezept gefunden, wie wir damit umgehen und dann bin ich bei der Governance-Frage. Was machen wir denn, wenn wir diese Vermachtungstendenzen mit ihrem Einfluss auf Politik, die sie dann haben und den Erpressungspotenzial wird, wächst ja elementar an. Da möchte ich auch mal in dem Fall jetzt dich die Politik fragen. Was haben wir denn für Instrumente? Ich sage immer, das Kartellrecht reicht nicht. Vielleicht bei Edeka Tengelmann-Kaisers haut es jetzt vielleicht gerade mal hin. Aber sonst haben wir aus meiner Sicht keine Governance- Instrumente, um diese Vermachtungsprozesse zu stoppen. Und international, das muss ich sagen, ich freue mich auch, dass sehr, sehr viele Büroleitungen der Heinrich-Böll-Stiftung da sind aus aller Welt, weil wir unsere Planungskonferenz für unsere internationale Arbeit haben. Es gibt keine Region, keine Region, in der wir als Heinrich-Böll-Stiftung arbeiten, die nicht auf dramatische Weise schildert, wie Unternehmen, Staat, kooptiert Einfluss nimmt. Auch da, wo es Fortschritte gab, wie in Lateinamerika, ein bisschen mehr fängt da der Zugriff, auch der alten Oligarchien wieder voll zu. Ich möchte hier eigentlich nicht unbedingt ein düsteres Bild verbreiten, aber wo ich mich wirklich frage, wie wollen wir die ökologische Krise bei dieser Sorte von politischer Krise, die wir gleichzeitig haben, eigentlich noch in den Griff kriegen. Und in Deutschland haben wir noch eine, und in Europa und weltweit haben wir eine politische Krise, die sich erstmal mit dem Erstarken von Rechtspopulisten und Rechtsextremen beschäftigt. Wir haben gar keine weltweit eine Debatte zu dieser Machtkonzentration. Die müssen wir aber hinkriegen. Was mich noch ein bisschen zweifelnd zurücklässt, ist tatsächlich die Konkretisierung dieser Forderung der Repolitisierung. Was wir erleben, ist eine Repolitisierung in bestimmten Bereichen, also gegen TTIP und CETA beispielsweise oder, naja, auf der rechten, auf andere unangenehme Art und Weisen. Also Politisierung gegen etwas funktioniert, aber das, was Sie fordern und das, worüber wir gesprochen haben, ist ja sozusagen eine konkrete positive Utopie. Naja, man kann jetzt, glaube ich, nicht irgendwie der Gesellschaft verorten, sie soll sich so politisieren, wie wir das jetzt gerade wünschen. So einfach geht es ja nicht. Aber, also ich glaube, es gibt konkrete Maßnahmen, die man durchsetzen kann. Also man muss ja nicht im Baurecht ermöglichen, dass eine große Agrarfabrik nach der anderen mit einer Sonderlösung, die man normalerweise für kleine Landwirtschaftsbetriebe hat, sozusagen neu bauen kann und dann dadurch in den letzten zehn Jahren ein Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe verschwunden sind. Das muss man im Baurecht nicht zulassen. So, und man kann das Quartellrecht massiv verstärken, man kann Steuerprivilegien abbauen, man kann auch die Einflussnahme auf die Politik zurückdrängen. Man muss sich ja nicht so abhängig machen, wenn man als Staat das Wissen, was an Finanzmärkten stattfindet, sozusagen nur sich von den entsprechenden Unternehmen und ihren Verbänden geben lässt, anstatt mal zu versuchen, wieder selber zu verstehen, was ist da. Also wir haben den in den letzten Jahren, also wir als Gesellschaft zugelassen, dass der Staat auch ziemlich klein gekürzt wurde und nicht auf Augenhöhe geblieben ist mit dem Staat. Und ich glaube, die Herausforderung oder die Chance, die ich sehe, ist, dass wir tatsächlich in einzelnen Punkten politisch es schaffen, Punkte klarzumachen. Also bei der Wasserprivatisierungsgeschichte ist es gelungen mit der Bürgerinitiative, bei TTIP ist es gelungen und das wirklich in die Breite. Das wird nicht bei jedem einzelnen Thema gelingen, aber ich glaube, das ist durchaus ermutigend, aber wichtig ist, dieser Globalisierung der Machtstrukturen auch einen globalen Denkansatz entgegenzusetzen und das heißt eben, dass Grüne in Deutschland auch dann hier versuchen müssen, sehr klar zu sein, wenn die Basisproteste nicht in Deutschland stattfinden, sondern vielleicht in anderen Ländern und unsere Unternehmen betreffen. Also ich glaube, da sind wir manchmal noch zu sehr fokussiert auf, was passiert gerade in meiner Kommune, in meinem Bundesland und so. Das ist, glaube ich, schon nötig und ich denke, für eine Repolitisierung ist auch spannend, dass wir diese Frage, wo geht die Reise eigentlich hin, was ist denn eine Alternative zu dieser Wirtschaft, die von wenigen Großunternehmen kontrolliert wird, die muss auch ein bisschen stärker noch leuchten. Da sehe ich schon auch noch konzeptionelle Arbeit darin zu sehen, denn in einer Welt, wo wir alle irgendwie täglich mit Apple und Google und so zu tun haben, ist es ja gar nicht so ganz einfach, das mal wegzudenken und zu sagen, mir geht es immer noch gut. Und das müssen wir hinkriegen. Vielleicht nur noch mal als konkretes Beispiel, wo hier eben auch Regulierung stattfinden könnte, wenn denn auch in der Bundesrepublik der politische Wille da wäre. Deutschland, in Deutschland wird ja gerade verhandelt, inwiefern wir einen nationalen Aktionsplan bekommen, der die UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte nach Deutschland und für Deutschland implementiert. Hat genau damit zu tun, dass dann endlich mal vorgeschrieben werden könnte, wie deutsche Unternehmen im Ausland, die im Textilsektor, im Bergbausektor oder wo auch immer auch für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind oder sein können, zu Sorgfaltspflichten verpflichtet werden, berichten müssen, offenlegen müssen. Selbst das gelingt derzeit nicht, weil die Lobbymacht von BDI, also wisst ihr die Abkürzung und BDA, also Arbeitnehmer und Industrieverbände, so massive Lobbyarbeit machen, dass derzeit noch nicht mal zu gelingen scheint, UN-Recht in deutsches Recht zu verwandeln. Mit solchen Einflussfaktoren haben wir es zu tun, bis eben dazu, dass dann auch Schadstoffbegrenzungen für die deutsche Automobilindustrie von Deutschland mit aller Macht in Brüssel verhindert werden. Und da frage ich mich dann eben schon, wir können unmöglich als Bürgerinnen und Bürger an all diesen Hotspots, wo politische Regulierung gerade akut verhindert wird durch diese Bundesregierung, als Bürgerinnen und Bürger, als Zivilgesellschaft präsent sein. Das schaffen wir nicht. Ja, deswegen muss man sich halt schon noch mal überlegen, wie man zu einem größeren Politikwechsel kommt, der wirklich eine Chance noch mal bietet, dass man auch mit mehr Ordnungsrecht, mit mehr Regulierung, mit mehr Vorgaben auch für die Wirtschaft, wenigstens so was wie Sorgfaltspflicht und Menschenrechte, für die auch deutsche Unternehmen und der Staat dafür sorgen muss, dass deutsche Unternehmen Menschenrechte schützen, auf den Weg zu bringen. Tim? Ja, die Lage ist durchaus schwierig und auch ein Appell an die gängigen Konzepte der Governments. Also es ist schon sehr eine Versuchung zu sagen, dass das alles zum Scheitern verurteilt ist, aber man sollte vielleicht damit anfangen, nicht zu sagen, ja, sollen wir vielleicht hier mehr Ordnungsrecht einsetzen, wie können wir mehr Ordnungsrecht dort zur Geltung bringen lassen oder sollten wir vielleicht diese Steuern internalisieren, sollten wir eine Kampagne für steuerrechtliche Veränderungen in Gang setzen, sondern die Frage stellen, warum wurden die Regierungen denn so sehr in Beschlag genommen von diesen Interessen, in einem Ausmaß, wo eben die Demokratie sich quasi machtlos fühlt und man nichts mehr in der Hand hat und nichts mehr da ist außer Desillusionierung, Verdrossenheit, Apathie und manchmal auch gewaltsame Proteste. Und wenn diese Fragen dann gestellt werden auf diese Art und Weise, dann glaube ich, dass zwei Antworten gegeben werden können. Eine wäre, dass man sich die Politik anschaut, was wirklich am Rande der Demokratie abläuft, denn da sind wir ja am Rande der Demokratie und das sollten wir uns eingestehen, dass die Vision einer Demokratie der Teilhabe gewissermaßen ein bisschen gescheitert ist und die Führungskräfte genießen auch das Vertrauen nicht mehr derjenigen, die sie wählen sollten. Das Vertrauen, über einen Punkt zu sprechen, was leider noch nicht zur Sprache gekommen ist, nämlich die Herausforderung der Aussicht eines Brexits. Und ich muss das ja tun. Ich muss mich damit traurigerweise auseinandersetzen und schrecklicherweise mit dem Ergebnis dieses Referendums dafür, dass Großbritannien dieses großartige Projekt der EU verlassen muss. Und da wird jetzt gesagt, ab jetzt machen wir unser eigenes Ding. Und das muss auch vor diesem Hintergrund des Versagens der Regierungen verstanden werden. Der Brexit war keine rationale Entscheidung und hat gar nicht die eigenen besten Interessen der Zukunft mit in Betracht gezogen, sondern das war sozusagen ein Wutschrei einer entmachteten Gesellschaft, die eben kein Vertrauen mehr hatte in einer Minderheit, die irgendwie korrupt war. Eine Regierung, die so korrupt war und nichts geliefert hat, was eine Regierung liefern sollte. Und wie konnten denn die Regierungen in einer solchen Sackgasse landen? Und wie kann man da wieder rauskommen? Und wenn man diese neue Politik anschaut, die uns umgibt, da gibt es zwei Möglichkeiten, sich zu befreien. Das eine wäre eine populärbasierte Politik und Leute wie Corbyn und Sanders und Pablo Iglesias oder Janis Varoufakis. Menschen, die diesen Geist der Teilhabe in der Demokratie auch leben, in einem System, das sie natürlich auch umwälzen wollen. Und das ist eine Bewegung, die im Gange ist, die auch die Leute fasziniert und insbesondere auch die jüngeren Leute fasziniert und junge Leute, die eine neue Demokratisierung wünschen, eine andere Art der Regierungsführung, wo sie auch selbst teilnehmen können. Und da ist, denke ich, schon eine Aussicht für eine andere Politik. Nur um den zweiten Gedanken zu Ende zu führen, das ist wie ein kleiner Schlüssel. Ich möchte auf die Frage zurückkommen, warum diese Regierungen so von den Machtinteressen und dem großen Geschäft gefangen genommen wurden oder beschlaggenommen wurden. Ein Grund ist folgender, nämlich das verspricht das Big Business den Regierungen, nämlich Einkünfte, Profite, Gewinne, Wachstum. Manchmal auch verdeckt, aber manchmal auch durch ein Steuersystem oder ein Konsumsystem verspricht es, die Möglichkeit weiterregieren zu können. Und die Regierungen, die hängen sich daran und haben da gar keine Wahl momentan, obwohl sie diese Wahl haben könnten. Sie könnten diese Entscheidungsmöglichkeit auch wieder für sich zurückgewinnen, indem sie diese Nachwachstumsekonomie aufbauen oder auch die Kontrolle wiedererlangen über einen wichtigen Aspekt, nämlich die Möglichkeit, selbst zu investieren in die soziale Infrastruktur ihrer eigenen Nationen, in den Wohlstand, das Wohlergehen ihrer Nationen, um ein Geldsystem ins Leben zu rufen, welches solche Investitionen erst ermöglichen würde. Und die Beweise dafür liegen ja ganz auf der Hand. Also die Reaktionen auf die Finanzrezession, da empfehle ich das Buch The Body Economic. Da gibt es eine Fallstudie oder mehrere Fallstudien, die uns zeigen, dass die Auswirkungen der Rezession oder einer versagenden Wirtschaft ganz anders aussehen können, je nachdem, welche Rolle die Regierung spielt. Und manchmal haben die Regierungen ja das Potenzial zu sozialen Investitionen und da kann man die Situation doch verbessern, auch in Wirtschaftskrisen. Wenn jedoch die Regierungen weiterhin sich den Interessen der Unternehmen beugen und Sicherheitsnetze für die Banken spinnen, ohne sozial zu investieren, dann kommt man in eine Lage, wo das System tatsächlich zusammenbricht. Und dieser Zusammenbruch ist ein Problem für die Regierungen, denn die haben da auch gar keine Legitimität mehr. Und immer wieder erlebt man, wie diese Legitimität verloren geht und wie Regierungen da niederliegen. Und in diesen beiden Lösungen gibt es sozusagen einen Anreiz. Da könnten die Regierungen die Bedingungen schaffen für ein bedeutungsvolles Regieren, wo eben die Macht der Menschen wieder eine Rolle spielt in einer partiziativen Demokratie und diese giftige Verbindung zwischen den Unternehmen und den Regierungen endlich aufgebrochen wird. Tim, das war ja schon fast das Schlusswort, aber soweit sind wir noch gar nicht. Ich möchte noch einmal Ja, jetzt bin ich nach anderthalb Stunden schon müde. Möchte ich Gerd Schick noch einmal das Wort erteilen und eine Frage stellen, die ich vom Publikum zugespielt bekommen habe. Auf das Selbstverständnis der Grünen zählt es, wie sehr kann man denn tatsächlich oder möglicherweise Kraft draufsetzen, wieder zurück zu denen zu gehen, die ja am Anfang auch der Gründung der Grünen standen, nämlich die vielen Protestbewegungen gegen Monsanto, gegen die Atomkraft, gegen... Ist das was, worauf das Patriarchat? Klar. An manchen Stellen gelingt das und ist es, glaube ich, kein Weg zurück, sondern einfach dass auch der Weg nach vorne so, also die Wir-haben-satt-Demo war eine der sehr großen und zeigt einfach, welche Kraft in der Idee einer Agrarwende steckt, gesunde Lebensmittel, die Tiere und Menschen und Böden und so nicht kaputt machen. So, da ist, glaube ich, Kraft drin und das merken wir. Und die TTIP-Frage ist auch eine, wo jetzt nicht wegen dem Idee zurück, sondern es sich einfach gezeigt hat, dass es eine Politisierung stattgefunden hat. Ich glaube übrigens, dass es nicht zufällig ist, weil dieses Gespür, dass Regierungen, das fand ich gerade sehr gut dargestellt, eben aufgrund dieses Wettbewerbs um Kapital eigentlich ständig sich danach stärker ausrichten müssen als Wähler, stellt eine Frage nach unserem Globalisierungsmodus und wir werden uns mit der Frage, wie kann eine Globalisierung stattfinden, die eben die Demokratie nicht in die zweite Reihe verbannt, nochmal weiter beschäftigen müssen. TTIP ist ein Abwehrkampf vor etwas, was es noch schlechter machen würde, aber wenn TTIP und CETA nicht kommen sollten, dann haben wir das Problem, was heute schon da ist, noch gar nicht gelöst und in der Richtung werden wir nochmal weiter tun müssen, aber ich halte es nicht für zufällig, dass wir bei TTIP sozusagen eine große Politisierung haben und ich glaube, daran muss man weiter arbeiten und die Frage stellen, was machen wir eigentlich mit dem bestehenden Investitionsschutzabkommen, die ja heute schon Investorenklagen ermöglichen, da müssen wir offensichtlich was tun und wie kriegen wir eigentlich die Regeln für das globalisierte Wirtschaftshandeln so hin, dass demokratische Entscheidungen wieder stärker sind als Kapitalflüsse? Okay. Diese Art von Diskussionen müssen ja keine, sozusagen keinen Schlusspunkt haben, weil sie Teil von etwas sind, was ja hoffentlich weitergeht. Deswegen werde ich jetzt Folgendes machen, ich habe ja noch zwei Fragen, die ich einfach mal so noch hier oben zum Diskutieren die ich noch stellen will, Fragen, die ich noch stellen will und dann haben Sie die Gelegenheit, vielleicht einen kurzen Kommentar oder eine Frage auch noch mit reinzuspringen. Ich finde eines ganz interessant, eine Bemerkung, die hier hochgekommen ist, die sagt, Tim, perhaps you can answer it. Vielleicht kann Tim das beantworten. Das grüne Wachstum besagt, dass es technologischen Optimismus gibt, aber Degrowth hat eher diesen soziologischen Optimismus und glaubt, dass die Menschen vielleicht besser sind, als sie es eigentlich ja sind. Wie steht es darum? Ja, das stimmt ja in gewisser Hinsicht. Das war auch schon immer der Fall, dass wir diese schwierigen Fragen stellen müssen über unsere wirtschaftlichen Strukturen. Aber wir müssen genauso gemeine Fragen zulassen darüber, wer wir sind als gesellschaftliche Wesen, als psychische Wesen. und mein Verständnis ist, dass wenn man sich diese Fragen vor Augen führt, relativ gleichmäßig verteilt, dann entdeckt man etwas und zwar ziemlich schnell, nämlich, dass wir ganz klar alle keine Heiligen sind. Wir sind ja auch selbstbezogen und wir sind hedonistisch und manchmal auch eigennützig. Und zum Zweiten, und das ist ja genau das, was der Unternehmerkapitalismus uns glauben macht, nämlich was es braucht, um Fortschritte zu erzählen. Die brauchen nämlich diese selbstbezogenen hedonistischen Leute, die immer bereit sind, ihre eigenen individuellen Nutzen zu verfolgen und diese wichtiger zu finden als den Nutzen aller. Aber das ist dieses enge Konzept des menschlichen Wesens. Und das kann man eigentlich auch nirgends verfochten sehen, außer in der konventionellen Ökonomie. Wenn man sich in der Psychologie oder Soziologie oder Anthropologie oder Religion oder Literatur oder Poesie oder Kunst umschaut oder normale Menschen auf der Straße fragt oder Familienangehörige, dann findet man ein ganz anderes Verständnis dessen, was ein Mensch denn ist. Und natürlich gibt es immer noch diese Selbstbezogenheit, diesen Egoismus. Und es gibt aber auch Nächstenliebe. Und es gibt ja auch sowas wie die Anerkennung der Vergangenheit oder die Wertschätzung der Gemeinschaft. Also es gibt dieses intrinsische Verlangen zu wissen, was wir denn hier alle machen und welchen Sinn das Ganze hat. Und nichts davon kann durch diese enge marktdominierte kapitalistische Vision des Konsumenten erklärt werden. Das ist also nicht eine Frage dessen, dass man naiv ist in Bezug auf unser Menschsein, sondern man muss eben informiert sein über den Reichtum an Motivationen, welche uns Menschen bewegen. Die, glaube ich, auch hier noch eine Rolle spielen muss, die vielleicht einer von Ihnen beiden beantworten kann, ist, ist die Gemeinwohlökonomie nicht möglicherweise eine Alternative? Wer kann überhaupt sagen, was das ist in zwei Sätzen? In zwei Sätzen ist vielleicht eine Herausforderung, aber ein Ansatz, der stark mit dem Namen von Christian Felber in seinem Buch verbunden ist, der eigentlich vieles von dem, was wir hier sagen, ja auch aufgreift. Also Stärke wieder von unten, Demokratisierung von Wirtschaft, auch von wirtschaftlichen Entscheidungen, die Idee, dass Unternehmen eben nicht nur bilanzieren, was sie in Sachen Liquidität, Gewinn etc. geleistet haben, sondern auch, was sie für die Gesellschaft tun. Ich finde das einen sehr guten Ansatz. Wir haben uns auch vorgenommen, in Baden-Württemberg da ein bisschen was draus zu machen und ich glaube, da ist auch viel Kraft drin. Das merkt man ja, dass einige Unternehmerinnen und Unternehmer darauf anspringen und sagen, das mache ich jetzt auch in meinem Unternehmen und Bankgründung und was weiß ich, da ist, da passiert was, das ist gut, das gehört für mich zu einem dieser positiven Elemente, die da sind. So, jetzt können Sie sich mit beteiligen, vielleicht während die ersten Fragen kommen nur noch eine Sache, das war glaube ich mehr eine Bemerkung als eine Frage, dass man die Monopolisierungstrends durch möglicherweise eine progressive Vermögensteuer brechen kann und die Herstellung der Bürger, die Souveränität der Bürger dadurch wieder herstellen kann, das geht ja ein bisschen dann doch in die Richtung, in die Sie sehr stark argumentiert haben. Das wollte ich nur noch vorgelesen haben. Da haben wir ein Problem, wenn ich das mal sagen darf. Also solange wir diese Machtstrukturen haben, eine Vermögensteuer durchzusetzen, um die Machtstrukturen damit zu bekämpfen, dann müssen wir noch mal kurz überlegen, wie wir das gelöst kriegen. Okay, das lassen wir jetzt so stehen. Da war eine Frage. Ich glaube, Sie hatten sich zuerst gemeldet? Ja? Da kommt ein Mikrofon. Thomas Weidecker. Wenn Sie ganz kurz sich vorstellen, mögen Sie? Thomas Weidecker, ich arbeite beim BMZ, muss ich glaube ich nicht weiter ausführen. Ich konnte das meiste nachvollziehen und teilen, trotzdem hat mir eine Menge gefehlt. Und zwar, Sie haben zu Anfang hat Thomas Vatter davon gesprochen, klassische Ökonomie sehr gescheitert und dann kam noch mal von Tim Jackson, wir brauchen eine neue Ökonomie. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht der Punkt. Klassische Ökonomie ist nicht gescheitert, weil klassische, also neoklassische Ökonomie enthält all die Punkte zu Marktversagen, das können Sie im Grundstudiums Lehrbuch, können Sie sich das alles lesen, das ist Pigou, externe Effekte haben wir seit den 20er Jahren und auch die entsprechenden Analyseinstrumente und wie man damit umgeht. Es geht hier nicht um Versagen von Ökonomie, sondern es geht um klassisches Politikversagen und das kam erst sehr spät in der Diskussion wirklich auf die politischen Prozesse, auf die Vermachtung, auf Einfluss von Lobbygruppen, auf die Vernetzung, Verquickung zwischen industriellen und militärischen und industriellen und politischen Prozessen und da liegt, glaube ich, wirklich das Problem. Wie wir dagegen angehen können, weiß ich nicht genau, aber ich glaube auf jeden Fall, dass so was wie eine viel stärkere Rechenschaftspflichtigkeit von Politik dazu gehört, öffentlich Stellung zu nehmen und zu untermauern mit Analysen, mit analytischen Untersuchungen, was für Entscheidungen gefällt werden, also Erbschaftssteuerrecht zum Beispiel, was dort entschieden worden ist, katastrophal und das und dafür wirklich auch in die Pflicht genommen zu werden, öffentlich zu erklären, wen sie dort begünstigen und was die Konsequenzen sind und das findet eben nicht statt. Vieles wurde gesagt, EU-Monopolisierung und all diese Geschichten, möchte nicht weiter darauf eingehen. Was mich verwundert hat, war von Ihnen, Herr Schick, dass Sie sagten, also uns fehlen die Konzepte für den Übergang. Ich glaube, das stimmt nicht. Wenn ich einen Planeten mit endlichen Ressourcen habe, dann ist es doch nur logisch, dass ich diese endlichen Ressourcen runter definiere in Verbräuche, die praktisch langfristig nachhaltig sind. Und da muss ich politisch ansetzen. Und wenn ich das mache, dann kann ich auch in gewisser Weise praktisch Wachstum mit Ökologie aussöhnen. Und das heißt konsequent auf der individuellen Ebene zum Beispiel bei Ressourcenverbräuchen oder bei Wasserverbräuchen, Energieverbräuchen progressiv zu besteuern. Ich habe ein bestimmtes Endowment, das ist sehr billig, sodass ich auch noch sozial Schwache das leisten können und den Rest steigere ich exorbitant, also die SUV-Debatte zum Beispiel. Also all diese Punkte sind da, von daher, das kann ich nicht nachvollziehen, aber vielleicht kommentieren Sie nochmal. Danke. Okay. Ich würde gerne noch zwei Fragen, Bemerkungen sammeln und dann wieder nach hier oben zurück in der ersten und in der dritten Reihe. Ja, aber ich habe noch keine einzige Frau gehabt, die hat eine aufgezeigt. Also Mädels, kommt. Nee, 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 wir machen jetzt da weiter. Ja, vielen Dank. Mein Hintergrund ist Landwirtschaft, Gunnar Demuth heiße ich. Landwirtschaft in Deutschland ist Privatsache. und einer der Gründer der Grünen, Baldur Springmann, sagte mal, Landwirtschaft ist gemeinnützig, grundsätzlich gemeinnützig. Herr Schick, an Sie die Frage, können Sie sich vorstellen, dass man mal langfristig diskutiert, wie privat darf Grund und Boden sein? Für mich ist das Privateigentum an Grund und Boden eine der Hauptquellen dafür, dass die Landnutzung in Deutschland heute so aussieht, wie sie aussieht. Und wenn wir da was ändern wollen, dann muss die Eigentumsfrage, um das anzuknüpfen an Tim Jackson, die Eigentumsfrage bei Grund und Boden für mich ganz wichtig sein. Nicht nur Wasser ist Gemeineigentum, sondern auch Grund und Boden. Okay. Und in der dritten Reihe, so wie eine Frau aufzeigt, kommt sie dran. Hallo, Dominikus Vogel. Ich habe einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund und im Moment die Idee eines Friedensinstituts, noch die Idee. So, Tim, I have a question. You said you... Tim, ich habe eine Frage. Sie sagten, dass Sie gerne ein Sprachspiel spielen mit den Partnern, mit denen Sie zusammenarbeiten. Und Sie haben auch erwähnt, dass es ja irgendwo draußen Feinde gäbe. Was wären denn die Feinde, die ich in meiner Arbeit einladen müsste? Die Frage, die möchte ich hier stellen. Und mein Sprachspiel ist nun folgendes, dass ich mit Ihnen spielen möchte. Welches sind denn die Partner und Freunde, mit denen ich zusammenarbeiten sollte, um am Prozess der Transformation zu arbeiten? Denn in diesem Prozess der Transformation, glaube ich, gibt es doch gar keine Feinde. Es gibt keine Feinde mehr. Das wäre meine Frage. Okay. Kommen wir mal nachher vorne zurück. Who's gonna start? Privateigentum an Land? Dem ging an Gerhard. Einfachen Fragen zuerst. Genau. Ich fange mal mit der Frage an. Und mein Punkt geht in die ähnliche Richtung. Ja, viele der klassischen Ökonomen, auch aus der Neoklasse, kann man viel lernen. Ja, da ist viel da. Was aber relativ wenig da ist, sind Modelle, die die Finanzmärkte bedenken. Und ich empfehle dir nur das neue Buch von Ulrike Herrmann, wo sie sehr gut zeigt, dass einfach viele Sachen in den klassischen Lehrbüchern da sind, aber dass natürlich auch wir bestimmte Sachen auch in den Modellen fehlend haben, die heute verwendet werden. So, und was ich mit dem Modell des Übergangs meinte, ich habe ja gesagt, ich meine es nicht für einzelne Sektoren, ich meine es nicht für einzelne Instrumente. Aber in einer Situation, wo wir sehr viel Kapital, also sehr viel Schuldenstände haben und Ansprüche von Finanzkapital an Rendite jetzt einfach so mal die Bremse reinhauen, das ist nicht einfach. Und wir stellen fest, dass eben Ökonomien, die ohne geeignete Transformation jetzt einfach mal einen Einbruch ihrer Wachstumsraten haben, nicht unbedingt in eine stabile Entwicklung gekommen sind. So, und es gibt kein, nach meiner Kenntnis, es gibt eins von Peter Victor über Kanada, eine erste Skizze sozusagen von einem Nullwachstums- oder Niedrigwachstums-Szenario, wie das makroökonomisch so zusammenpassen könnte. Es gibt für die Bundesrepublik Deutschland bis heute kein makroökonomisches Modell, was uns mal zeigt, wie unsere Ökonomie, unsere, nicht eine hypothetische, sondern unsere Ökonomie über die nächsten Jahre mit 0% Wachstum funktionieren kann, ohne dass wir nicht an der einen oder anderen Stelle in massive Probleme kommen. Und da musst du dir als politischer Akteur schon fragen, wie kriegen wir das eigentlich hin? Und das ist genau diese Lücke, die meine ich nicht abstrakt für alles, sondern genau diese makroökonomische Nullwachstum- oder Niedrigwachstumsperspektive ist nicht entwickelt. So, Gemeinnützigkeit von Grund und Boden. Jetzt denke ich mal kurz an meinen Geschichtsunterricht zurück. wo ich, wenn ich mich richtig erinnere, gelernt habe, dass von den verschiedenen deutschen Kolonien eine, nämlich die in China, von der Marine betrieben wurde und nicht vom Heer, dort kein Privateigentum an Grund und Boden zugelassen wurde und zwar die einzige Kolonie Deutschlands, die profitabel war und nicht netto gekostet hat. So, es gibt also so ein paar Hinweise, die uns sagen, da könnte ein Punkt sein. Und wir wissen auch, dass Immobilienmärkte, die heiß laufen bei Finanzkrisen, eine große Rolle spielen. Trotzdem ist natürlich, das jetzt zu übersetzen, was heißt das denn für eine moderne Ökonomie, wo ganz viel von Kredit auch in der Absicherung über Grund und Boden passiert, jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell zu sagen, das machen wir alles ganz anders. Aber, dass wir sehen müssen, dass es da bestimmte Grenzen auch in der Konzentration von Immobilieneigentum braucht, dass wir uns auch überlegen müssen, wie wir diese immer wiederkehrenden Spekulationswellen, die ganz häufig mit dem Immobiliensektor zu tun haben, anschauen, das meine ich auf jeden Fall. Ja, ich stimme dem zu. Das waren drei sehr interessante Fragen, muss ich sagen. Was die erste Frage angeht, es gibt natürlich Versagen in der Politik. Es gab das Versagen, zu verstehen, was die Wirtschaft gesagt hat. Hat die Wirtschaft eigentlich jemals berücksichtigt, dass die Unternehmensmacht den Markt aufwühlen kann. Ja, Adam Smith hat das ja schon gesagt vor 250 Jahren. Also, es gibt Dinge, wo wir Politikversagen beobachten konnten oder eine Missrepräsentation der Wirtschaft. Aber es gibt auch Versagen innerhalb der Wirtschaft selbst. Und dieses Scheitern, dieses Versagen ermutigt uns, die Fundamente der Wirtschaft genauer anzuschauen. Es gab ein Versagen beim Verstehen der Dynamik der Märkte, insbesondere der Finanzmärkte. Die Art der Wirtschaft, die die Politik geerbt hat, hat natürlich viel zu tun mit dem freien Spiel der Mächte, die nach wie vor und weiterhin verzerrt wurden und werden. Nun, die Wirtschaft hat das nicht begriffen, weil man einfach ein falsches Verständnis des rationalen Verhaltens der Menschen hatte. Das heißt, es gab Versagen sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Dann, Eigentümerschaft an Land und Boden. Ich stimme Ihnen zu. Das ist eine Lektion, die wir von Thomas Piketty gelernt haben. Sein Verständnis dahingehend, wie man Wohlstand anwachsen lässt und akkumuliert. diese Akkumulierung kann man durchbrechen, denn sie führt zu Ungerechtigkeiten und Thomas' Vorschlag ist eine Vermögenssteuer. Aber man kann natürlich auch andere Eigentumsstrukturen denken, insbesondere in Bezug auf Land und Boden, in Bezug auf das Erfahren von Land, in Bezug auf das Erfahren von Häusern, die wir ja so gerne besitzen. Wir geben sie weiter, wir akkumulieren Schulden auf der einen Seite, Kapital auf der anderen und reichen die Häuser dann weiter. Das ist vielleicht hilfreich für die Gesellschaft, vielleicht aber auch nicht. Um die Wirtschaft zu retten, um die Sprache der Wirtschaft zu retten, fehlt uns etwas. Wir haben kein Verständnis dessen, dass wir etwas Radikaleres brauchen, was diese Vermögensbeziehungen angeht und die Verteilung von Vermögenswerten innerhalb der Gesellschaft. Dann in Bezug auf die Frage, gibt es noch andere Feinde? Ich glaube, ich habe das Wort Feind gar nicht verwendet, aber ich habe es in kriegsähnlichen Termini versucht zu erklären in diesem Niemandsland. Indem ich das Niemandsland ansprach, sagte ich, dass man sich keine Feinde leisten kann. Es stimmt also, was Sie sagen in gewisser Hinsicht. Es gibt Prozesse des Nach-Draußen-Gehens, Prozesse des Verstehens. Welches Verständnis rührt von den konventionellen Investitionsmärkten her, dass man den Wert der Aktionäre schützen muss? Wer sind die Aktionäre? Das sind die Menschen, die Pensionen haben. Wer ist das wiederum? Das sind wir. Also, es kommt alles zurück zu uns in gewisser Hinsicht. Das sind wir. Das heißt, es gibt dieses Gespür, dass wir auch Teil dieser Transformation sind, dieses Prozesses. Und das bringt mich zurück zu dem Punkt der Sprache. Die Sprache wird genutzt als Mittel, um uns abzugrenzen von ihnen, um diese Partei abzugrenzen von jener. Und es geht letztendlich um diese Teilung der Sprache, die ein Problem ist. Und anders kriegen wir die Leute in den Dialog nicht, in der Art und Weise, wie sie das vorgeschlagen haben. Nächste Frage an die Frau auf meiner Seite stellen. Was ist denn das nächste Buch? Was steht da nicht drin? Ist jetzt gemein. Also ich habe sehr viel Ermutigung bekommen, doch an dem Thema der Repolitisierung von Ökologie und der Wiederaneignung des Begriffs von politischer Ökologie zu arbeiten. Das ist was, was mich wirklich sehr reizen würde, das wieder durch zu buchstabieren. Wobei ich einfach muss ich schon sagen, also wie kriegen wir, wir haben hier alle glaube ich ein Verständnis eben von Politik, dass Politik, wenn es gut läuft, in der Lage sein muss, allgemeinwohlorientiert, menschenzentriert, menschenorientiert, für die Menschen da zu sein. Und was mich einfach so massiv umtreibt, wirklich auch global, ist eben einfach zu sehen, wie Politik kaum noch funktioniert, im Sinne der Menschen des Allgemeinwohls, wir haben so eine massive Verwobenheit von Macht, politischer Macht und ökonomischer Macht, erst recht im globalen Süden und da muss man nicht daran denken, dass es nur Staatsunternehmen sind, die wir natürlich gerade auch in wichtigen Ressourcensektoren als Staatsunternehmen haben, sondern es gibt eine ganz hohe Interessensidentität und deswegen finde ich, müssen wir noch mal darüber nachdenken, wie wir die Autonomie des Politischen, die ich für so zentral halte, deswegen auch der Begriff der politischen Ökologie, wie wir den noch mal mehr durchbuchstabieren und da wirklich in der Lage sind, dem was entgegenzusetzen, was ich in diesem Kapitalismus zumindest erlebe, dass wir alle Lebensbereiche bis hin zum Blatt am Baum, das einen Preis haben soll, durch ökonomisieren. Wir ökonomisieren die Natur noch mal durch, wir nehmen Dinge in den kapitalistischen Verwertungsprozess hinein, die bisher noch in Ruhe gelassen wurden, wie unter anderem eben auch noch gemeinschaftliche Rechte von Indigenen. Und Herrgott noch mal, wie können wir das stoppen? Daran will ich gerne weiterarbeiten, daran arbeiten auch viele unserer Mitarbeiterinnen in den Regionen und ich kann immer nur sagen, die Stiftung versucht hier in Suchprozessen unterwegs zu sein. Wir machen, finde ich, tolle Arbeit, eben auch zur Wiederaneignung der Cummins und zu wie können eigentlich gemeinwohlorientiertes Wirtschaften und Leben funktionieren. Wir haben auch schon viele Bücher, man muss nicht immer neue schreiben, sondern schauen Sie mal, was wir alles an Schätzen haben, wo man nämlich sich mit dem, was wir Suchprozesse zu organisieren, Menschen zu unterstützen, die nach Alternativen suchen. Da gibt es schon viele lesenswerte Bücher und bei all den guten, die heute schon genannt wurden, nicht vergessen, Kritik der grünen Ökonomie lesen. Dankeschön. So, ganz herzlichen Dank. Ich sage jetzt eigentlich gar nichts mehr, außer genießen Sie den Rest des Abends. Ich hoffe, Sie haben den ersten Teil auch genossen und gucken Sie noch mal hinten darüber. Es kommt dann nach unten zum Ausgang. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Sie sind noch zu Wasser und Brot eingeladen, weil Schrumpfen ist ja auch ein wichtiger Aspekt einer anderen Ökonomie.